meine sehr verehrten damen und herren herzlich willkommen zum wirtschaftspodium schweiz vom ubs center mein name ist caroline roth ich freue mich dass ich hier sein darf ich freue mich so viele menschen im publikum zu sehen das war vor einigen monaten noch gar nicht so klar wie wir dieses wirtschaftspodium eigentlich abhalten können aber ich freue mich dass es nun doch in dieser form geschieht ja das ubs center wird nun zehn jahre alt herzlichen glückwunsch und wir gehen zu den ursprüngen zurück zum thema des ersten wirtschaftspodiums wirtschaftsmodell schweiz ist es ein erfolgsmodell in gefahr das ist natürlich top aktuell das werden sie heute natürlich sehen es gibt sehr viel zu besprechen und wie sie im programm sehen es gibt zwei sehr große panel diskussionen mit hochkarätig besetzten gästen es wird immer wieder zeit geben für networking pausen wir laden sie ein diese auch wahrzunehmen und dann natürlich eines der großen highlights das gespräch mit dem bundesrat gie parmela ja ich verlasse mich irgendwo auch auf sie denn natürlich ist es mein job kritisch schon relevante fragen zu stellen aber das gleiche werden sie tun das weiß ich aus der vergangenheit und das können sie tun ich lade sie ein auf ihrem smartphone www menti.com einzugeben es gibt dann diesen code 33 20 21 21 den geben sie ein und dann gelangen sie auf eine seite da können sie bei den mentimetern also bei diesen umfragen elektronischen umfragen mitmachen sie können aber natürlich auch ihre fragen eingeben und das können sie in meistens in jeder beliebigen frage im sprache machen deutsch englisch französisch also die speaker heute werden wahrscheinlich all diese sprachen auch meistern also zögern sie nicht wir werden auf jeden fall zu ihren fragen auch kommen denn was wir natürlich heute wieder versuchen zu machen ist die brücke zu schlagen zwischen der wissenschaft und der praxis und dazu brauchen wir den diskurs mit ihnen ich freue mich auf den nachmittag und auf den diskurs mit ihnen und mit all unseren gästen ich übergebe nun das wort an herrn kasper filiger stiftungsrat präsident der ob es foundation dankeschön meine sehr verehrten damen und herren wenn wir hier interessanten und gesitteten diskussionen lauschen und bald bei weißwein und ab büro gepäck angenehm mit kontakte pflegen dürfen wir wissen es alle werden nur bloß zwei flugstunden von hier unschuldige menschen zu tausenden brutal getötet und zu krüppeln geschossen werden wohngebiete und infrastrukturen zerstört und von einer selbst gezimmerten historischen mission besessen und grausamer machthaber zerstört nicht von nicht nur von generationen geschaffenes sondern auch zur bewältigung einer lebenswerten zukunft notwendiges es ist entsetzlich und sprache vermag kaum auszudrücken was wir an abscheu und empörung aber auch an hilflosigkeit wenn wir ehrlich sind empfinden dass es solches in der menschheitsgeschichte immer gab erfuhren wir leicht gelangweilt in wohlgeheizten schulzimmern oder nahmen es beiläufig im ausland teil der nzz zur erkenntnis darüber geschehen ist im kaukasus am hindukusch oder in der sahelzone berichtete man steht am fenster trinkt sein gläschen aus wenn hinten weit in der türkei die völker aufeinanderschlagen wie goethe es ausgedrückt hat aber jetzt erschrecken wir weil unvermittelt kriegslärm bis an unsere haustüren dringt eine zeitwende ist es meiner meinung nach nicht aber es ist eine schockartige neu bewertung der zeiten nicht dass wir nicht hätten wissen können dass solches droht putin hat in tschetschenien in syrien und auf der klim geübt und aus seiner einstellung nie einen hehl gemacht aber wir wollten die zeichen nicht sehen weil hätten wir sie ernst genommen einige politisch unangenehme aufgaben hätten an die hand genommen werden müssen wir konzentrierten unser permanenten empörungsthegel lieber auf kurze pappi zeiten gender sternchen oder zu mickige entschädigungen bei flugverspätungen während sich der 1989 verkündete siegerszug der demokratie fast unmerklich in sein gegenteil zu verkehren begann die meisten von uns auch ich sind drei irrtümern unterlegen erstens glaubten wir seinerzeit nur zu gerne fukuyamas narrativ vom ende der geschichte zweitens stellte sich die these als falsch heraus wonach wirtschaftliche verflechtung den frieden immer sichere und drittens führten mehr bildung und welterfahrung durch globalisierung nicht zwingend dazu dass alle menschen sich nach mehr politischer mitbestimmung sehnen putin empfacht einen furchtbaren krieg xi jinping zieht die repressionsschraube ohne spürbaren widerstand in seinem volk systematisch an und die dank kapitalismus erfolgreiche autokratie wird zum vorbild für taumelnde defekte demokratien und doch die anschwellenden flüchtlingsströme zieht es nicht nach russland oder china sondern in die westlichen demokratien und die ukrainer verteidigen ihre junge noch verletzliche noch nicht perfekte demokratie mit einem mut den wir nur bewundern können uns im westen wird plötzlich der wert aber auch die fragilität von demokratie und rechtsstaat wieder bewusst und das zusammenstehen der westlichen demokratien in diesem krieg ist eindrücklich niemand weiß wie es enden wird franzis fukuyama denkt russland werde den krieg verlieren und damit der demokratie zu einem revival verhelfen nail ferguson befürchtet inflation benzin preise und flüchtlingsströme könnten die so schöne harmonie des westens rasch erodieren lassen und damit potentaten im nahen und fernen osten ermutigen ihrerseits neue feuer zu entfachen wir sind in meinem leben schon einige fehlprognosen unterlaufen so dass ich hier eine weitere vermeiden will aber eines finde ich sei sicher wir befinden uns in einer epochalen auseinandersetzung zwischen demokratie und despotismus rechtsstaat und willkür freiheit und zwang recht und macht wir alle die auf der seite von demokratie und rechtsstaat stehen sind gefordert auch wir schweizerinnen und schweizer neutralität kann es in dieser schicksalhaften auseinandersetzungen die über jahrzehnte möglicherweise bestimmen sein werden nicht geben wir wollen aber jener gedenken und uns vor ihnen verneigen und jetzt gerade auch für unsere werte kämpfen aber unser mitgemühe gefühl gilt auch jenem volk dessen söhne im kampf sterben dessen zweck sie nicht verstehen und das wegen der systematischen irreführung durch einen korrupten und größenwahnsinnigen macht zirkel war gar nicht realisiert dass dieser krieg die eigene entwicklung sogar im falle eines sieges um jahrzehnte zurückwerfen wird aber jetzt zum heutigen anlass wir menschen pflegen geburtstage die durch zehn teilbar sind als jubiläen zu feiern zu feiern hurra dem dezimalsystem das ubs center for economics in society wird diesen monat zehn jahre alt in diesen traurigen zeiten wäre es unangemessen für dieses noch bescheidene jubiläum zu viel champagner zu vergeuden aber das center hat sich derart erfreulich entwickelt dass wir trotzdem am heutigen anlass daran erinnern wollen im grund ist das center eine art kollateral nutzen eine krise der ubs krise während der finanzkrise sie erinnern sich daran die ubs geriet ins taumeln und musste von bund und nationalbank mit einem horrenden zweistelligen milliardenbetrag gestützt werden oswald grübel als ceo und ich als chairman wurden auf dem höhepunkt der krise als eine art himmelfahrts kommando an die spitze der bank berufen aber dank eines hoch motivierten und hart arbeitenden teams gelang es trotz immer wieder neu auftauchenden schwierigkeiten neuen rückschlägen das wollte nie enden gelang es trotzdem unsere damaligen hauptziele in drei jahre zu erreichen die rückzahlung der öffentlichen hilfe mit einem schönen profit verbunden nationalbank der aufbau einer damals schon sehr und überdurchschnittlich soliden kapitaldecke die rückgewinnung von kundenvertrauen und profitabilität endurfe einer neuen strategie sowie die implementierung einer neuen führungsgeneration die wie sie wissen in den letzten jahren sich hervorragend bewährt hat verwaltungsrat und geschäftsleitung der bank beschlossen mit der schaffung des ubs centers symbolisch die dankbarkeit für die öffentliche unterstützung der ubs auszudrücken mit diesem von ernst fair konzipierten institut wollten wir eine investition in den denk- und wirtschaftsstandort schweiz mit langzeitwirkung finanzieren die bewusst nicht für einen nutzen für die bank selber konzipiert war sondern für den standort schweiz eine investition sozusagen in die grauen zellen den einzigen rohstoff wie wir wissen unseres landes und deshalb legten wir von anfang an zu großen wert auf unbedingte und wasserdichte forschungsfreiheit wir waren uns damals aber auch bewusst dass eine investition von nicht weniger als 125 millionen ohne direkten nutzen für das unternehmen selber aus sicht der aktionäre nicht unproblematisch ist wir hielten aber eine nicht zwingende geste der dankbarkeit gegenüber den steuerzahlenden deshalb für angemessen weil ohne ihre unterstützung dieselben aktionäre wahrscheinlich alles verloren hätten es wurde damals auch kritisiert dass wir den großen betrag allein in die universität zürich investierten gerade auch in luzern als luzerner habe ich natürlich einige kritik daran gehört ich habe für diese kritik verständnis sie taucht auch jetzt noch hin und wieder aus die typisch helvetische lösung wäre eine verteilung auf verschiedenen universitäten und in verschiedenen regionen gewesen das hätte uns zwar applaus eingetragen hätte aber die wirkung der investition derart verwässert dass sie ihre wirkung wahrscheinlich nicht hätte reichen können weil die zersplitterte spende unterkritisch geblieben wäre nur als cluster konnte sie genügend wirkungen strahlkraft entwickeln und der schweiz als ganzer zu dienen ich glaube dass der erfolg des centers das auch bestätigt ich möchte mit ein paar stichworten noch kurz skizzieren was ernst fair mit seinem team team in den zehn jahren erreicht hat es ist beträchtlich und es findet international auch beachtung wie so üblich in unserem lande international immer ein bisschen mehr als in der schweiz selber aber daran gewöhnt man sich aus bundesrat sehr rasch es wurden sieben unbefristete stiftungsprofessuren geschaffen eine achte ist in vorbereitung zehn professoren sind am center affiliiert sie alle betreiben spitzenforschung ökonomische in hochkarätig besetzten wissenschaftlichen seminarien werden forschungsergebnisse diskutiert hinterfragt auch kritisiert öffentliche größere veranstaltungen wie die heutige öffentliche keynotes von nobelpreisträgern publikationen zu wirtschaftlich politisch und gesellschaftlich relevanten problemen sowie informationen ökonomisch über digitale kanäle transferieren relevantes wissen in allgemein verständlicher form in die interessierte öffentlich 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 mit volks mit vollzeit stipendien für talentierte doktoranden fördern wir den wissenschaftlichen nachwuchs das center kann auch vom wissen und von den erfahrungen eines aus 24 renommierten wissenschaften bestehenden beirates profitieren dem nicht weniger als sieben nobelpreisträger angehören eine nobelpreisträgerin auch leider nur eine aber immerhin eine bei den ökonomen sind die ja nicht so übervertreten und gemäss anerkannten ratings gehört das department nun weltweit zu den zu den besten volkswirtschaftlichen departments eben auch dank dieses schubs den das ubs center hat verleihen können zu den 20 besten weltweit europaweit zu den drei besten und im kontinentaleuropa ist es schlicht das beste ich möchte für diese in harter arbeit errungenen positionen dem ganzen team herzlich danken aber auch den verantwortlichen der universität für die ausgezeichnete zusammenarbeit besonders danken möchte ich ernst fair gemäß ökonomen rating der nzz ist der seit einigen jahren unangefochten der einflussreichste ökonom in allen deutschsprachigen ländern und dies allein aufgrund seiner hervorragenden forschertätigkeit ohne jede konzession an die modischen methoden zur selbstvermarktung die auch in der wissenschaft ja nicht völlig fremd sind nicht nur in der politik wenn er mich vor zehn jahren nicht überzeugt hätte gäbe es das sind wir wahrscheinlich nicht jetzt möchte ich aber zu unserem tagungsthema überleiten gestanden sie mir als einfachen bürger der das alles mit sorgen ein verfolgt verfolgt dazu ein paar einleitende bemerkungen in einer komplizierten welt die sich mit atemberaubender geschwindigkeit verändert geht es der schweiz trotz des permanenten politischen hintergrundlärms der berufsempörten noch immer hervorragend ob lebensstandard lebenserwartung soziale ausgeglichenheit auch diese demokratische mitspracherechte makroökonomische kennziffern standortqualität und so weiter in allen diesen bereichen marschiert sie in der spitzengruppe und das ist das resultat einer bisher freiheitlichen wirtschafts- und gesellschaftsordnung aber wir dürfen auch das nicht vergessen der harten arbeit von generationen und ein bisschen zufall ist ja meistens immer auch dabei aber die geschichte lehrt uns dass besitzstände auf dieser welt nie gesichert sind eine kleine weltoffene export nation wie die schweiz kann ihren überdurchschnittlichen wohlstand nur erhalten wenn sie besser als andere ist und sie immer wieder neu zu erfinden weiß immer wieder anzupassen versteht und einiges deutet darauf hin dass die schweiz vor herausforderungen steht die von breiten kreisen massiv unterschätzt werden und dies schon unabhängig vom aktuellen krieg wachsender protektionismus sowie die entstehung regionaler freihandelsräume zulasten multilateraler handelsregeln erhöhen für den unabhängigen export orientierten kleinstaat das risiko zwischen stuhl und bank zu fallen die auseinandersetzungen zwischen usa und china erschweren es außen wirtschaftlich gleichzeitig auf beiden hochzeiten zu tanzen und die größten wirtschaftsnationen die sich in vielen fragen spinnefeind sind tun sich zusammen um lästigen kleinen konkurrenten ihre komparativen vorteile zu beschneiden stichwort steuer harmonisierung und unser hindernis freier zugang zum wichtigsten kunden der eu ist nicht mehr gesichert und innenpolitisch haben zentrale fragen einer nachhaltigen lösung etwa die altersvorsorge die stromversorgung oder eben die beziehung zur eu und die finanzdisziplin ein wichtiger und gerade in der letzten krise bewährter erfolgsfaktor wird zunehmend als lästig empfunden politische polarisierung führt bei jedem reformvorschlag zunächst zu einem aufschrei und nachher zu erbitterten widerstand und weil es uns so lange schon so gut geht wird der wohlstand zunehmend als gottgegeben wahrgenommen und als ob das alles noch nicht genügte wird uns der ukraine krieg wahrscheinlich längerfristig vor herausforderungen stellen deren ausmaß wir noch gar nicht ermessen können es ist deshalb zeit den reformstamm aufzubrechen vom politischen kleinkram gezänk zu wirklichen politischen arbeiten in den wichtigen bereichen aufzubrechen wenn die schweiz ihre zukunftsfähigkeit nicht schleichend gefährden will es gibt also reichlich diskussionsstoff zum heutigen thema ich möchte ihnen allen jetzt auch meinerseits und im namen der stiftung und des centers für ihr interesse und ihr kommen danken danken möchte ich im namen des centers vor allem allen teilnehmerinnen und teilnehmern an den gesprächen namentlich will ich stress stellvertretend für alle nur die beiden hauptspeaker erwähnen professor gérard roland und bundesrat gip armelin herr bundesrat parmelin wird erst am abend zu uns stossen wir freuen uns sehr dass er als verantwortlicher für bildung forschung und wirtschaft zeit für uns findet es ist nicht selbstverständlich nachdem er auch als sanktionsminister derzeit besonders gefordert ist j'aimerais maintenant vous présenter gérard roland professeur d'économie et de sciences politiques à l'université de californie berkeley gérard roland est devenu l'un des chercheurs chercheurs les plus réputés et les plus influents au monde dans le domaine de l'économie de la transition et plus généralement de la nouvelle économie du développement ses travaux ont été publiés dans dans les plus importantes revues et son livre transition and economics est largement utilisé dans les programmes avancés de nos universités aujourd'hui nous avons la chance d'écouter sa conférence sur le thème empires nation states and democracies the past and future of the international order chère chère roland nous sommes très impatients de vous entendre chère vous cède la parole und de l'oeuf eröffnet damit unsere tagung ich danke ihnen thank you very much for these nice words of introduction and thank you also for the invitation i'm really glad to be here i just want to say that when i chose a topic for my lecture this was already many months ago i had no idea that you know the war that we are now seeing in ukraine with all its atrocities that it would take place and so so i think it you know what i'm going to say speaks really to the to the topic it's not just about the brutal military russian aggression ukraine but in today's world we also see china being more assertive making strong claims to taiwan showing its hegemonic ambitions all this raises questions about the future of the world order how do countries interact with each other economically politically militarily and so uh the 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 there are there are kind of two schools looking at this on one hand you have what is called the realist school of international relations representatives are henry kissinger or john meersheimer and the realist school considers that a balance of power between raw national interests are the main force behind international relations uh this is uh this is by the way is also putin's view the idea is that it's only about power strength terrorize you know and uh uh um that's according to that view that's how the world works then there is uh the liberal internationalist school uh represented by by many other scholars uh and that school claims that the nature of political regimes uh whether they are democracies or autocracies uh matters for international relations so what i will do in this talk is to expand on this uh inside of the liberal school and argue that the geopolitical behavior of states whether it's about external or internal war peace expansion attitudes towards trade depends on the nature of the political regime and i will focus on three relevant types of regimes empires empires nation states and democracies but there are also some combinations of 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 these three types and so so uh given that we have different political regimes in the world uh generalizations uh assuming similar geopolitical behavior independent of regime type can be very fallacious empires empires have played a very important role in history and have existed much longer uh and in many more territories than democracies and so the insights from the realist school of international relations are relevant mostly for empires or aspiring empires but the world has changed so much especially in the 20th century and so we cannot necessarily apply those insights the end of world war one signaled the beginning of the end of traditional empires with the collapse of the austro-hungarian empire the ottoman empire the german empire and the russian empire the british empire collapsed after world war ii with the decolonization movement the russian empire was eventually replaced by the soviet uh uh empire which also collapsed uh by the way and so in the aftermath of empires and so in the aftermath of empires nation states formed some democratic others not uh and as the as the role of empires declined uh the role of nation states and and of democracies has increased but today's world still features a combination of these three regime types and so how do empires and so how do empires nation states and democracies coexist are there specific common traits to empires that differentiate differentiate them from democracies do democracies have specific common traits that are different from those of empires what about nation states so these questions are not only academic they have great policy relevance as we can see in today's world uh and they will play a determinate role for issues of war and peace in the foreseeable future ukraine was once part of the russian and later the soviet empire it is now an independent state and a large part of the population aspires to become a normal democracy another part of the population cares more about ukraine being a nation state uh it shares borders with the russian empire and parts of its territories have been invaded already since 2014 uh we should not forget that uh so but the 2022 invasion threatens its uh very existence as an independent state what to expect what to expect what to expect from the coexistence of an empire and a democracy what about coexistence between democracies and the chinese empire so i'll talk a bit about these regimes in turn uh uh first empires uh some general characteristics of empires uh empires in general are large territories with an autocratic uh regime uh uh and and generally these grew out of territory states so 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 in history so so in history if we look at the history of empires uh whether it's persia china egypt uh they usually grew out of territorial states not always sometimes they grew out of city states and rome would be a a good example there empires of empires have an innate tendency towards territorial expansionism this is because the rulers in an empire are interested in territorial expansion up to the point where the cost of additional expansion becomes larger than the benefits of a larger expansion of course it's not it's not as simple uh uh but uh uh it it gives an idea of of um 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 What drives empires? Benefits for empires of expansionism typically include taxes on land, land revenue, taxes on trade. Land is much less tax-elastic than trade. And empires are typically extractive states using tax revenues to fund the army, the police, private goods of the emperor, palaces, tombs, imperial administration. Costs are mostly costs of defense against invaders and internal revolts. Now, empires do not exist only on their own. They coexist and compete. And because they compete, this gives an additional benefit for expansionism. Expansionism is actually what we call in game theory a dominant strategy because a larger empire has everything else equal, a military advantage over smaller neighboring empires, whether in offense or in defense. Empires have played, of course, a big role in the antiquity and regularly clashed with each other. But the age of colonialism between the 15th and the 20th century was also an age of competing colonial empires. Given the drive towards expansionism, empires do not typically seek to achieve ethnic homogeneity. They tend to be multi-ethnic. Like the Austro-Hungarian empire is a good example, but also the Ottoman empire, the Russian Tsarist empire, and even China today. Just to give you an idea, the whole western half of China, the western half of its territory contains only 7% of the total population of China. And this western half is composed mostly of national minorities like Tibetans, Uyghurs, Mongols, and China is trying to increase the share of the Han population there. Because of ethnic heterogeneity, empires do not generally have interest in developing nationalist ideology unless one ethnic group is a large majority. And so religions or ideologies have been used instead of nationalism to try to cement empires. Catholicism in the Austro-Hungarian empire, orthodox religion in the Russian empire, Islam in the caliphate and in the Ottoman empire, Confucianism in China, Zoroastrianism in the Persian empire until they got invaded by the Islamists. And so rival expansion drive between empires necessarily leads to wars and therefore also to losses. Russia inflicted losses on the Ottoman empire throughout most of the 19th century. Russia challenged the Austro-Hungarian empire for domination over the Balkans. And this was a very important factor in the triggering of World War I. As I mentioned, World War I led to the collapse of major empires, again, Austro-Hungarian, Ottoman, Russian, and German. Japan inflicted losses on Russia and China in the first half of the 20th century. And World War II led to the collapse of the Nazi empire, the Japanese empire, but also the British empire. The Cold War led to the collapse of the Soviet empire and the loss of satellite states, as well as Soviet republics, like Baltic states, Ukraine, and Kazakhstan. These three, by the way, having been part of the Russian empire. And so empires, when weakened by war, tend to collapse internally and fragments are replaced by nation states, democratic or not. This is something that we saw after World War I with the emergence of nation states in Central Europe and also partly in Southeastern Europe. We also saw the decolonization in the aftermath of the weakening of the British empire. Even when in the decline, imperial powers may still show aggressive behavior. The Soviet empire invaded Central Europe in the aftermath of World War II. The Third Reich replaced the German empire. China invaded Tibet very soon after the communists took power, and they were still very, very weak at that time. Russia's invasion of Crimea and the Donbass, and now the whole of Ukraine, are examples of aggressive behavior by actually a declining empire. It's very unlikely that new empires would emerge in today's world. There was the attempt of the ISIS caliphate, but this has been preemptively squashed. And so in the past, imperial rivalries would lead to phases of decline and revival, some empires taking over others. But I would argue that in the modern world, empires are doomed. Why? Well, in the past, until actually the Industrial Revolution, land and later also natural resources and slaves were the main rewards of imperial expansion. And that's what has been fought over for centuries and centuries. In the modern world, human capital is the main driver of growth and cannot easily be forced to be productive because human capital is inside people's heads. It's very difficult to force people to do efficient problem solving. And, you know, we're probably seeing it already in Hong Kong right now. But I think this is a major characteristic of the modern era, that human capital is the main driver of growth, together with other factors. In today's world, natural resources can be obtained via trade without the cost of maintaining and defending invaded territory. And the progress of education leads to demands for human and civil rights and for public goods benefiting the general population, albeit with different levels of intensity. And so, I would argue that the current Russian and Chinese empires will likely be doomed by backlash from their expansionism, from their repression, possibly leading to initial chaos and quite likely territorial fragmentation. Let me now talk about nation states. Nation states started to develop since the 16th and 17th century, based on innovations in military technology that favored centralization and economies of scale in warfare and thus big armies. Nationalism as an ideology developed mostly in the 19th century, encouraged in part by the development of national literatures in the national vernacular. Nationalism led to demands for the establishment of nation states, especially at that time in territories that were under the domination of empires, and especially among ethnic groups that were marginalized in those empires. And so, nation states fed by nationalism tend to aspire to ethnic homogeneity within the boundaries of the nation. This does, in principle, not lead to expansionism and imperial ambitions, though some countries have had characteristics of both a nation state and an empire, which was actually the case of Nazi Germany. Demands for ethnic homogeneity lead less to expansionism, but they lead more to ethnic cleansing within the boundaries of the nation, especially in non-democratic nation states. The development of the Turkish nation state led to the genocide of Armenians, a million and a half people, but also to the expulsion of Orthodox Christians, later called Greeks, also more than one and a half million, you know, from Asia Minor, and Greeks had been in Asia Minor since millennia. The Nazis, in their Drang nach Osten, committed genocide on Jews, but also tended to eliminate Slavs altogether to create the Lebensraum for German settlers. Nazi Germany was a monstrous hybrid between a nation state and empire, leading to the atrocities of World War II. These, what we see, what we saw in Nazi Germany, we see it similarly in today's China, where the Han population is by far the largest part, and where there really are attempts to kind of get rid or completely marginalize other minorities. We have the example of Xinjiang, we have the example of Xinjiang, I'm not going to go over that, but that's a typical example of what is happening in China. And so, there are multiple examples of the creation of nation states associated with ethnic cleansing and repressions of minorities to create ethnic homogeneity. Now, nation states, especially when they are non-democratic regimes, tend to be more inward-looking and close to the outside worlds. They reject immigration, are mostly hostile to economic takeover by foreign capital, see limited opportunities for international cooperation, and have the realist view of international relations, where the world is seen as a Hobbesian world, where the strongest will win against the weakest. Nation states are more likely to experience frictions at the borders because of the imperfect overlap between national boundaries and ethnic boundaries. So, they tend to be oppressive towards minorities inside and aggressive to neighboring countries who host ethnic co-nationals. I would argue that a typical example of nation state today would be Hungary under Orban, which is illiberal inside, repressive inside, at the same time defender of ethnic Hungarians in Slovakia and Romania. And this discourse was taking place in Hungary long before Orban took power, by the way. Nation states often do have a good capacity of defense against an imperialist aggressor because of the possibility of nationalist mobilization. And in general, demands for ethnic homogeneity are associated to demands for linguistic homogeneity, suppression of dialects, and discrimination of minority languages. And so, nation states are nevertheless compatible with some imperfect form of democracy where tyranny of the majority is there. And I would claim that Israel is a good example that tries both to be a democracy and a nation state. And we see the contradictions in how they treat the Palestinians and the Arabs inside Israel. Let me now come to democracies. Democracies were most often born in nation state, but not always. The United Kingdom was still an empire when democracy was introduced within the UK. And the UK is not a nation state and contains different nations and ethnic groups. Italy was composed of city-states throughout its history until it became a unified nation. And because of this tradition of city-states, ethnic groups within Italy were never well defined in contrast to citizenship. And this tradition of citizenship, taken over from Roman civil law, is not based on ethnicity, but on the rights and responsibilities of individual citizens. And citizenship, of course, is a strong basis for a stable democracy, much more than a national identity. Even in democracies, a common language helps to reach economies of scale and public goods provision, whereas multiple languages can create these economies of scale due to duplication. Most democracies have one dominant language, but multilingual countries, like I come from Belgium, but Switzerland is certainly also an example, that we sometimes see these tensions, but these linguistic tensions can be reduced by having federal or confederal institutions. And that's, in a way, the beauty of democracy is that it has the flexibility to accommodate those differences in a peaceful way. One characteristic of democracies is that they feature redistribution from the rich to the poor. And this is directly related to universal suffrage that gives every person the same vote, whether they're poor or rich. And because the poor are in majority, potentially, you get redistribution and the development of the welfare state. Nevertheless, this redistributive feature of democracies can lead to secessionist tendencies, some regions wanting to break away precisely because of those tensions. And I have done research on this. There have been research also done by other people. And so these secessionist tendencies within democracies are not necessarily based on national identity. And, you know, these are just tendencies. Secession doesn't necessarily always take place because these tendencies will often lead to forms of federalism or confederalism. And so I would argue that democracies are much less expansionist than imperialist regimes or nation states. They are more inward looking with many, with a lot of infighting, mostly peaceful, but they are the only regime that would tend rather to secession and to a decrease in the size of countries compared to certainly imperialist countries. I would also argue that democracies have a tendency towards appeasement when other democracies are under attack by imperialist powers. This was the case before World War II, but also with the behavior of countries towards Russia since actually 2014. It's not just now, but it's since 2014. This is not just a mistake that people have not learned the lessons of history. I think it's an intrinsic feature of democracies, as was the slogan in pre-World War II France, why die for Danzig? This is, in general, you know, emperors can send their troops easily, but democracies, you're accountable to the citizens, and why wage a war outside one's own territory? This tendency towards appeasement makes democracies look weak, possibly encouraging further imperialist aggression. So democracies will react late to such aggression, but imperialist powers make the fatal mistake of underestimating the will to defend freedom within national borders. And I think, you know, many people are very admirative of the resistance of the Ukrainian people, but this is an example of people fighting for their existence and the very existence of their nation. Democracies, nevertheless, have the best basis for international cooperation with other democracies based on shared values of citizenship and universal human rights. I could expand on that, but I will not because of time. Let me now talk about the special case of U.S. imperialism. This is something, it's a democracy, but we cannot ignore the U.S. history. The modern U.S. started as a number of settler colonies of the U.K., Spain and France. It's not just the U.K., you know, Spain and France played a very important role. After the independence from the British colonizer, the U.S. project was definitely imperialist, as territories were conquered over Native Americans, Spanish, Mexicans, and the French. The U.S. also developed democratic governance earlier than other countries and has faced the secessionist tendencies of democracies. And, of course, there's the civil war in the 19th century. The colonialist tendencies of the U.S. were short-lived and mostly unsuccessful. And so we have seen throughout the 20th century within the U.S. democracies strong isolationist tendencies, which I would argue is normal for a democratic country. But the U.S. has been sucked into an alliance with other democracies in World War I and World War II. And, of course, with the Cold War, the U.S. became the leading power in the alliance of democracies against communism. And so the Cold War led to imperialist-like interventions of the U.S. in Asia, Latin America, and Africa in the name of anti-communism. And the U.S. essentially fought to defend capitalism against communism, the centrally planned economy. They fought not for democracy. It was, you know, they supported right-wing dictatorships as long as they were anti-communist. U.S. democracies has many flaws, giving more power to large economic interests compared to other democracies, and also disenfranchising large parts of the population. If you look at the politics inside the U.S. today, that's a major part of what's going on. And so the U.S. alternates between democratic isolationism and demand for intervention by its allies. It is nevertheless currently the biggest international counterbalancing power to the Russian and Chinese empires. Nevertheless, being a large country, there is potential for abuse of power. And we saw this with the Iraq war, and we're likely to see it again. Political polarization inside the U.S. has been quite important, making, in my view, a further move towards decentralization quite likely. And that would mean that the U.S. would become more isolationist over time, not less. So the big question I want to finish with is what about the challenge of coexistence between imperialism and democracy? It's a big question, and when I started asking that question, I left a blank page for quite a few days. The general answer, I would say, is that such coexistence is difficult, is unstable, will lead to very dangerous clashes that could easily escalate in a world war, killing billions of people. These tensions need to be managed as empires, even though they are doomed historically, will not disappear overnight. And so let me just mention a few, make a few words about both Russia and China. Russia first. Since the 19th century, Russian imperialism has been keen to get better access to the Baltic Sea in the north, the Black Sea, and the Mediterranean to the south. And this goal was mostly achieved by the Soviet Union. In the north, with the annexation of the Baltic states, domination over Poland, East Germany, neutrality of Finland and Sweden. In the south, with domination over Bulgaria and Romania, but a failure to dominate Yugoslavia and Greece, and with Turkey even adjoining NATO. So the collapse of the Soviet bloc and the Soviet Union led to a shrinking of the Russian Empire. And today's Russia is demographically and economically weak. The population is shrinking. The GDP is roughly in the size of the Benelux. You know, even though it's the largest territory in the world, but they are still quite strong militarily, especially in terms of their nuclear arsenal. Putin has been trying to revive the Russian Empire, first by crushing Chechnya. Indeed, following the collapse of the Soviet Union, there tended to be tendencies towards fragmentation inside Russia. But Putin has crushed Chechnya. He attacked Georgia and then Ukraine and tried to revive the Soviet Union by creating a Eurasian Economic Union. The European Union represents an existential threat for Russia because of its attractive power to countries neighboring Russia. The attraction of the European Union played a key role in the 2014 Euromaidan in Ukraine and even to democratic aspirations within Russia. They exist and they are quite strong, even though they are not represented by the regime. Putin wants to return to 19th century international relations, making his invasion of Ukraine legitimate in the eyes of the world. This will not happen. The outcome of the war with Ukraine will nevertheless be determinant for the future of Russian imperialism and surrounding democracies. So, let me now come to China. After abandoning its socialist economy and successfully embracing capitalism, Chinese communist leaders sought strong interaction with the world economy, since economic success is the basis of their legitimacy, the legitimacy for keeping the Communist Party in power. And so, as long as growth was the main objective of the Communist Party, coexistence was relatively easy. But as China is becoming the world's dominant economy, ambitions to be the world's leading power and to redesign the world order are a clear source of international tension. Xi Jinping is reviving China's imperial view of the world. Tianxia, everything under heaven, where China is in the middle and the rest is around China. It's a very China-centric view with a Confucian hierarchy of states. And states are seen as tributary states with a Confucian rank. They are the closest, number two, number three. And so, this is China's view of the international order. And this is an order that will work only if other countries accept this Chinese view. They try to achieve it via economic pressure. We've seen the bullying of Australia and of Little Lithuania. But it cannot work for the US. The US cannot fit this view of tributary states around China. And we have heard some nationalist voices inside China calling for the inevitable destruction of the US. Very scary. Of course, I would argue this is still very premature and there are many other paths possible. The Chinese view of tributary states does not imply military invasion. It only implies peaceful coexistence within a concentric circle of tributary states. And the Chinese concept of respect, which means treating China according to the Confucianist moral duty towards a superior power. There's no doubt that there will be future clashes about China's vision of the international order. So to conclude, the coexistence of empires, nation states and democracies is problematic and may lead to all sorts of instability. It is important to understand the nature of each country's regime in order to understand its external and internal behavior. Remaining empires should further decline in the future. As I said, the Russian empire is relatively weak. It will further weaken economically and demographically. The Chinese empire is in expansion mode, but it's facing huge costs of maintaining its empire in Xinjiang, in Tibet, in Inner Mongolia, Yunnan, Ningxia, all those provinces where you have very strong national minorities and that are de facto colonies of China. Moreover, the cost of invasion by a communist empire is higher than for traditional empires. Absorbing Hong Kong is proving very costly. Absorbing Taiwan may prove to be a tipping point. China is still militarily inferior and is facing major demographic challenges with a very strong aging of the population. And so to conclude, I would argue that a world of small democracies building supranational institutions to regulate their relations on the basis of commonly accepted rules and threats from empires seems to be the path of the future. While facing empires, democracies need to create for themselves multilateral commitment devices to each other. Let's hope that NATO will work like that. Thank you very much. Thank you so much for those insights. I think every point was extremely riveting, very, very insightful. And thank you, everyone in the audience, for the questions you've already submitted via menti.com. Of course, I forgot to say, you can also raise your hand if you prefer to speak up. We have a couple of ladies here with microphones. And you can use any language you want. Flemish, no? No, no. No, Flemish. I speak Flemish, but... Okay. Let's start with a question here in the first row. So, at the beginning, you were referring to the realist view of politics. So, there is, and you mentioned the names, John Mearsheimer and others. And there's a famous YouTube video by John Mearsheimer where he basically accuses the West to be responsible for the invasion of Crimea. And I'd like to have your response on that claim because that video, when I looked at it a few weeks ago, it had 14 million clicks. It has now, I think, 23 million clicks already for obvious reasons. And I'd like to have your view on this. And can I ask you to be quite brief so we can get through a couple? Yes, so, I think it's a good example where Mearsheimer really adapts the realist school. He says, you know, Russia is powerful, therefore, neighbors have to submit to Russia. And if we don't accept that, that is going to create tension. Let me just say that the narrative on the Russian side, but also on Mearsheimer's side, that NATO is responsible for the aggression in Ukraine is completely wrong. You know, the Western powers actually were always reluctant to admit former communist countries into NATO. But these countries, having been satellites of the Soviet Union, having been colonized by, you know, Russia and the Soviet Union, understood that they need protection because they fear it may come again. And it's coming again. Ukraine asked to be a member of NATO. And maybe if we had said yes, maybe they would not have been attacked by Putin. Let me get to a question on menti.com. It's the question, actually, with the most likes. So if you'd like a particular question, you can click on the thumbs up. In your view, will Switzerland be able to exert more sovereignty outside or within the EU in light of recent global developments such as block building and polarization? I'm not an expert on Switzerland, but I think, you know, this is a question that the Swiss have to, you know, they have to decide for themselves. All right. There we go. Yeah, thanks for the wonderful talk, Jenna. I'm a little skeptical about your claim that democracies are natural appeasers. I think there's quite a few examples of democracies being quite aggressive. So Britain is a democracy in the 19th century when it acquires most of its empire. The French very happily go to war in 1914 for a variety of reasons. So I'm wondering how specific or how general this claim is that democracies have a tendency towards appeasement. Is this something that's just a modern phenomenon or you think that there's something deeper that sometimes gets overridden by other factors? So I've been, you know, thinking about it. And so here's a bit my answer. All those countries were actually colonial empires. France, Britain, of course. Britain was the biggest colonial empire. And while there were forms of introduction of democracy inside the country, they still acted mostly as empires. In a way, it's really only after World War II that universal suffrage was introduced. And even then, you know, suffrage for equality of suffrage for women, you know, came much later and, you know, in this country, even quite late. So, you know, in that sense, I think democracies are very young. So this ideal type of democracy that I explained are still very young. And even, you know, I felt necessary to talk about the U.S. Because the U.S., even though it has had democratic governance for a long time, has behaved like an imperialist power, especially during the Cold War. So, you know, so some of these, you know, regimes are kind of hybrids between both. Just like I said, you know, the Nazi regime was kind of a monstrous hybrid of a nation state and an empire, which led to the massive killings. I think the audience really wants to get your take on what to do when you're a small country. So they've tried again. How can small nation states optimize their position in this bipolar new world order? I think the best, and that's, I mentioned that shortly at the end, is that, you know, especially small democratic countries, they need to unite and they need to create multilateral commitment devices to defend each other. Because, indeed, this general tendency towards appeasement is a problem which can lead to the demise of many democracies. So if the Russian Empire were stronger and if it would be successful in Ukraine and others, that would be a mortal danger for democracies in Europe. And so, you know, that's what I said about NATO. NATO has Article 5 committing countries to defend each other. It has not yet faced that test, but we do need commitment devices and possibly even, you know, credible commitment devices. And one way of doing that is to have troops of different countries be stationed, you know, across from each other. Because then, you know, it kind of creates really an incentive to enter the war in case you're being attacked. Let me just follow up on that. Basically, you're saying that a military alliance is extremely important. Without one, you're pretty much powerless. But wouldn't that, if everyone does that, follows that logic, wouldn't that antagonize the Empire states like Russia even further? No, I would argue the opposite. I would argue that actually this would be good for peace. It's by showing yourself weakness that you encourage aggression. And that's part of the realist school. Putin understands that argument in that way. If you show weakness, he will attack. There's a question over here. So autocracies are not always the same. They're different. The Chinese autography is different from the Russian autocracy. The beauty of the Chinese system has been so far that they could alternate and change leadership at least every 10 years. How do you view now this tendency or the developments that Xi wants to get a further term? Is this, in a way, the end of the Chinese success model, quote-unquote? Or is there a way out of this in the future? So it's very interesting that you asked the question. And believe me, when Xi made noises that he wanted a third mandate, there has been a lot of noise within the Chinese elite. And people are very upset. They don't talk about it in public, but they are very, very upset about it. So while China kept a communist regime when it introduced capitalism, they introduced rules to try to solve the problem of succession. You know, succession is one of the biggest problems of all political regimes. And in democracies, it's solved by elections. In history, it has been solved in different ways. And they solved it in many ways. One, by having a compulsory retirement age, so you cannot be part of the Politburo Standing Committee once you're past 71, I think, is the age. So this is why Wang Qishen, who was the head of the anti-corruption campaign, could not be part of it this time, though he became vice president of the country. The second one was, indeed, this idea of two mandates. And the third one, people are not sufficiently aware, is that the current leadership chooses not the next leadership, but the leadership after that one. So, you know, so Deng Xiaoping chose actually, not, he did choose Jiang Zemin, but he also chose the next ones, which were, you know, Wei and Hu. And Jiang Zemin already, at that time, you know, kind of nominated Li and Xi. Li was actually supposed to be a general secretary, not Xi. So when Xi came to power, he made, he showed the willingness to make all of this disappear. He is actively searching for a third mandate in October, which is why you see on the international scene he's relatively quiet and they're actually, they're actually, even though their behavior seems clumsy relative to Western countries, There are actually many, you know, countries in Africa, Latin America, that are kind of taking a kind of neutral view of the Russian invasion in Ukraine. The other thing is that Xi is now facing the Omicron virus. And I know if you heard about the lockdown in China, in Shanghai, despite the lockdown in Shanghai, there's explosive growth of the Omicron cases, what they call the asymptomatic cases, which, of course, you know, is what is happening. And this is creating enormous hardship. And so I think Xi has more sleepless nights about the Omicron rather than about Russia. But this shows, again, that autocracies, you know, the rules that they may establish are not necessarily very credible and can be wiped away. Also, another rule that was very important was the consensus decision-making inside the Politburo Standing Committee. Xi Jinping is doing away with that. Gérard, two very brief questions, one on China, one on the U.S. On China, do you think Ukraine's defiance against Russia has made the Chinese regime think twice about what to do with regards to Taiwan? Yes. Simple answer, yes. Number two, do you believe that Mr. Trump will run again in 2024? And if he does, he will probably lose? I think that's your prediction. I would think he will lose. But again, we can't be sure. What happens? Because, you see, he's continuing to pretend that he won the election and people want to go past that. Moreover, the noise he's made about Putin has been very unpleasant in the ranks of the hardline Democratic hawks. But you never know. I frankly, the fact that he was elected in the first place was such a shock to so many people. So, you don't know. I think not and I hope not. I recently read a quote from you on that very question. I think you said, correct me if I'm wrong, if he runs again and loses, which is likely, he will repeat the lie that he won and may mobilize his troops to be more violent actions than on January 6th. Is that a misquote? Is that correct? No, if he runs again, whatever the outcome of the election, he will claim he has won. And he may be – and then it may be much more violent than on January 6th. It's scary. You know, one reason why autocratic – why the imperialist regimes of Russia and China are being so aggressive is that they feel that the West is in decline. And nothing more than, basically, Trump being in power has convinced them that this is the case. Cherein Roland, thank you so much for your insights and taking all the questions. Thank you. Thank you. It's time for the first networking coffee break. We will see you back here in half an hour. Thank you. We will see you back here in half an hour. We will see you back here in half an hour. We will see you back here in half an hour. We will see you back here in half an hour. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Da könnten wir auch mit einem Abkommen mit der EU ein bisschen pragmatisch umgehen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn Sie sagen, dass die Wirtschaft dieses Rahmenabkommen bekämpft hat, dann stimmt das einfach nicht. Es sind zwei Organisationen aus dem Boden gestampft worden wegen irgendwelchen finanziellen Interessen. Und bei Ihnen bin ich mir nicht so im Klaren darüber. Vielleicht ist es Ihre Nähe zu einer Partei ganz rechts. Aber jetzt machen wir doch einfach vorwärts und hören mit den Parteien. Ich freue mich, dass wir so eine lebhafte Diskussion haben. Ich hoffe, nach dieser Klarenansage können Sie noch. Bitte, Sie haben das Wort, Herr Bertsch. Ich unterstütze sehr diese Marschrichtung von Frau Schneider-Schneider. Autonomie Suisse unterstützt die Marschrichtung des Bundesrates, die er jetzt einschlägt. Auf der sektoriellen Ebene die entsprechenden institutionellen Punkte sich zu einigen mit der EU. Wir haben immer gesagt, wir sind für ein Rahmenabkommen und wir unterstützen jetzt auch diesen Weg. Aber bei einem Punkt möchte ich korrigieren. Also Masseneinwanderungsinitiative, da war ich auf der gleichen Seite wie Sie. Mit Sicherheit und auch in den übrigen Personenfreizügigkeitsfragen. Wir unterstützen alle Personenfreizügigkeitselemente vollständig als Unternehmer. Aber erlauben Sie mir doch ein Wort. Für uns ist eben die Weltoffenheit schon auch ein wichtiges Gut. Wir schauen ja gerne zurück. Die Billiganträume gibt es jetzt 20 Jahre. Dank der sind die Exporte nach Deutschland um 60 Prozent gestiegen. In der gleichen Zeit sind die Exporte in die USA, wo wir überhaupt keine Abkommen haben, um etwa 140 Prozent gestiegen. Also es ist nicht die Abkommen, die Marktzugang schaffen, sondern es sind die Bruchprodukte, es ist die Innovation. Es ist die Schnelligkeit der Schweizer Firmen, die auch sehr viel schneller aus der Corona-Krise herausgekommen sind als die EU beispielsweise. Das sind die entscheidenden Faktoren. Eric Nussbammer. Und diese Stärken müssen wir erhalten können. Also da bin ich voll bei Ihnen, Herr Bertschi, das war auch nie in Gefahr, auch nicht mit dem Rahmenabkommen. Wenn Sie jetzt die dynamische Rechtsentwicklung als eine Zielsetzung formulieren und sagen, es war eben schlecht, weil es horizontal war, jetzt bin ich für vertikal, dann bin ich sehr erfreut, dass Sie den Ausgang suchen aus Ihrer Position. Weil wenn wir das miteinander hinkriegen, dass Sie dynamische Rechtsentwicklung bei Binnenmarktzugangsabkommen und Streitbeilegung bei Binnenmarktzugangsabkommen jetzt verteidigen, dann sind wir nicht mehr so weit auseinander. Sie können noch diesen Satz machen von der Weltoffenheit, das ist auch gar nicht das Problem. Wir schließen ja Freihandelsabkommen ab, wenn wir können. Wir gehen weiterhin diesen Weg, denn die Schweiz seit dem Bilateralen gegangen ist, gutes Verhältnis mit der Europäischen Union, Rechtssicherheit mit der Europäischen Union und gleichzeitig möglichst das Freihandelsabkommen. Das ist genau das. Sie finden die Kurve, ich bin zuversichtlich. Das ist genau das. Es sind gute zehn Minuten, die wir jetzt miteinander hier erleben, weil es ist eigentlich nichts mehr zu sehen von dieser Autonomie-Swiss und wir möchten nicht und wir wollen keine Lösung haben. Genau das, was wir wollen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass es Unternehmer gibt, die sagen, wir möchten jetzt eine Lösung und wenn Sie auf diesem Kurs bleiben, dann sind wir in drei Jahren am Ziel. Wir können auch in einem Jahr am Ziel sein, aber Sie müssen jetzt zur Ehrlichkeit haben, musst du auch zugestehen. Das Rahmenabkommen sah vor, dass das Freihandelsabkommen in einem zweiten Schritt den gleichen Mechanismen unterworfen werden müsste. Und in dem Zusammenhang hätten wir die Freiheit, mit Drittstaaten freie Abkommen abschliessen zu können, schrittweise eingebüßt. Und wir schauen eben als Unternehmer in die Zukunft und nicht in die Quartale. Lassen wir das bei Seite. Dieses Argument können Sie behalten. Nein. Denken Sie daran, die E-Währ-Staaten machen alle, alle E-Währ-Staaten, die eine dynamische Rechtsentwicklung haben, die eine Streitbeilegung haben, machen eigenständige Freihandelsabkommen. Alle. Ja, aber die haben nicht diesen Klausel drin. Ja, aber die haben das und natürlich werden wir das bekommen. Gut, um ganz kurz durchzuatmen, werde ich jetzt, nachdem wir schon viel über das Rahmenabkommen geredet haben, ein Rahmenabkommen, das der Bundesrat wohl diskutiert hat, aber das Parlament nie diskutieren konnte, geschweige denn das Volk. Und das wollen wir zumindest heute in diesem Saal korrigieren, indem wir Sie bitten, darüber abzustimmen. Sie werden das auf dem Mentimeter können. Der Code ist immer noch dasselbe. Sie gehen auf menti.com 33202121 und die Frage ist, hätten Sie dem Rahmenabkommen bei einer Volksabstimmung zugestimmt? Bitte beteilen Sie sich fröhlich und ich werde unterdessen die Wissenschaft um Ihren Rat fragen. Herr Rossa, herzlich willkommen. Sie sind ja eigentlich Gastgeber heute, also müssen Sie uns willkommen heißen. Genau, das habe ich auch schon versucht, zumindest als wir hier hochgelaufen sind. Also erstmal vielen Dank, dass Sie mich bislang nicht gefragt haben, weil das ist ja doch ein politisches Glatteis, auf das ich mich nicht begeben möchte. Was ich aber doch sagen kann, einfach aus Sicht von unserem Institut, dass natürlich das Scheitern vom Rahmenabkommen auch ganz konkrete und auch ernsthafte Konsequenzen für uns hat. Vor allem eben das Auslaufen der Forschungsförderung durch die Europäische Union. Da gibt es verschiedene Elemente, aber für uns das Wichtigste sind die sogenannten ERC Grants. Das ist sozusagen die Champions League der Forschungsförderung. Also hier reden wir, Entschuldigung, von Horizon. Es geht um die Forschungszusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU. Genau, ganz genau. Da gibt es spezielle Grants. Richtig, also Horizon Europe ist das aktuelle Programm, da gibt es verschiedene Fördertöpfe. Der wichtigste sind die sogenannten ERC Grants, das ist so die Champions League der Forschungsförderung. Und wir waren immer sehr stolz, dass ein Drittel unserer Professorinnen und Professoren entweder so ein Grant hat oder schon mal hatte. Und da haben wir jetzt natürlich schon ein Problem, dass wir uns da nicht mehr bewerben können. Also das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Problem mit der Ukraine, da sind wir uns alle einig. Das kann ich natürlich auch noch mal dazu sagen. Aber es ist schon ärgerlich für uns, muss ich sagen. Und wir hoffen, dass es da einen Weg raus gibt bald. Diese Zusammenarbeit ist ja kollabiert, als eben diese Verhandlungen, wow, über das Rahmenabkommen abgebrochen wurden. In diesem Saal, meine Damen und Herren, und bei jenen, welche uns digital verfolgen und hoffe ich ebenfalls tagkräftig abgestimmt haben, in diesem Saal würden 72% der Abstimmenden dem Rahmenabkommen zustimmen, so wie es war. Und 27% waren dagegen. Herr Bertschi, jetzt weiss ich, warum Sie nicht wollten, dass es vor das Volk kommt. Also ich glaube, das Volk ist hier nicht voll repräsentiert, aber es passt ja eigentlich zur Zusammensetzung hier auf dem Podium, oder auch anzahlmäßig. Aber war es denn eigentlich, wir wollen jetzt nicht zu weit zurückschauen, sondern vor allem nach vorne, aber diese eine Frage doch, war es richtig, Frau Schneider-Schneider, dass man es nicht ins Parlament gebracht hat, nicht vor das Volk gebracht hat? Vielleicht war es zu diesem Zeitpunkt richtig, seit 14, seit dem Jahr 14 zerredet man dieses Rahmenabkommen, einerseits im Bundesrat, andererseits im Parlament, andererseits auch mit solchen Organisationen. Und wenn kein geschlossener Bundesrat hinter diesem Rahmenabkommen steht, dann wird es schwierig, eine Volksabstimmung zu gewinnen. Der Bundesrat muss sich zusammenraufen, zur Gesichtswahrung einen Weg finden, wie wir das Rahmenabkommen, nicht ein Revival des Rahmenabkommens erhalten können, sondern wie wir eine Lösung präsentieren können, muss dann geschlossen, kollegial hinter diesem Entscheid stehen. Dann kann er das Parlament überzeugen, die Bundesratsparteien überzeugen. Und dann hat das auch in einer Volksabstimmung eine Chance. Man muss schauen, wir haben die meisten Abstimmungen, also wir hatten nur einmal einen Betriebsunfall bei der Masseneinwanderungsinitiative, die hat man unterschätzt. Aber die meisten Abstimmungen, wo es ums Verhältnis mit der EU ging, haben wir wirklich gut gewonnen. Und ich bin überzeugt, dass wenn der Bundesrat dahinter steht, steht das Parlament dahinter und dann steht letztlich die Bevölkerung auch dahinter. Und diese kriegerische Auseinandersetzung, ich sage es nochmals, zeigt uns und mir, dass es sich lohnt, für ein starkes Europa einzustehen. Und da gehört die Schweiz einfach dazu. Gut, einverstanden. Aber jetzt hat ja Herr Bertsch nicht ganz zu Unrecht gesagt, dass es hier fast ein bisschen 3 gegen 1 ist. Das ist übrigens eine gute Ausgangslage für Sie. Sie kommen mehr zum Sprechen so. Aber trotzdem die Frage, die Herrn Bertsch aufgeworfen hat, Herr Nussbaumer, die Probleme bestehen ja. Dynamische Rechtsübernahme, Referendumsrecht eingeschränkt, die Probleme der staatlichen Beihilfen, welche die Schweiz lösen müsste, wenn es denn Probleme sind, aber es sind Probleme aus Sicht von Brüssel, die Probleme bestehen. Wieso soll jetzt plötzlich klappen, was zwölf Jahre lang chancenlos schien? Ja, schlussendlich muss man sich der Realität stellen. Die Realität ist, dass wir vom europäischen Binnenmarkt vollständig umgeben sind, dass der europäische Binnenmarkt seit der Erfindung der bilateralen Verträge wesentliche Regulierungen hervorbringt, die für die Schweiz relevant sind. Und im Moment verlieren wir dieses Regulierungsumfeld im Sinne, es erodiert, es geht nicht mehr weiter und das ist sicher nicht im Interesse unseres Standortes. Und daher muss man ganz nüchtern das betrachten, wie der Bundesrat das damals auch gemacht hat. Wir brauchen für diese Binnenmarktabkommen, es waren damals fünf, jetzt redet man, vielleicht gibt es auch noch ein sechstes und ein siebstes, für diese brauchen wir einen verlässlichen Rechtsrahmen, der uns in die Zukunft Stabilität gibt. Und das muss man verhandeln. Jetzt, natürlich können wir in der Schweiz immer sagen, wir haben noch einmal eine Idee, wie man es anders machen könnte, aber das kann ich als Parlamentarier nur beschränkt beeinflussen. Der Bundesrat muss dann den Verhandlungstisch. Er hat jetzt aus meiner Sicht viel zu lange gebraucht nach seinem Abbruch, um herauszufinden, was er jetzt will. Immerhin sagt er jetzt auch, wie Herr Bertschi, wir wollen die Streitbeilegung und die dynamische Rechtsentwicklung. Und das war vor einem Jahr nichts mehr der Fall. Also das war ja eine schlimme Entscheidung. Und jetzt ist er wieder an diesem Punkt und das ist gut. Jetzt muss aber natürlich das Verhandlungsgeschick wieder her und es muss besser gehen als das letzte Mal. Ich kann dem zustimmen. Das ist ein super Tag. Er muss natürlich berücksichtigen, der Bundesrat, was jetzt auch die neuesten Umfragen, die EFS hat ja im Auftrag von Interpharma eine neue Umfrage wiederum gemacht. Und da wurde in der Presse eines der Elemente herausgestellt. Ich habe mir die auch im Detail angeschaut. Und man sieht einfach, die kritischen Punkte ist die Unionsbürgerrichtlinie. Die lehnen im Moment 62% der Bevölkerung in der Umfrage ab. Und die zweite kritische ist die Referendumseinschränkung. Also wenn das Referendum eingeschränkt wird, dann sind es 81%, die das ablehnen. Und das war natürlich sehr stark der Fall in dieser ersten Vorlage. Und hier muss man versuchen, wahrscheinlich mit Brüssel einen Kompromiss zu finden. Das war auch eine unserer Befürchtungen. Ich bin in europäischen Verbänden, ich bin sehr aktiv. Eine negative Volksabstimmung wäre es sehr viel schlimmer gewesen, als dieser Rückzug jetzt. Das hätte uns viel länger zurückgeworfen. Wenn Sie mir die Nachfrage erlauben, Herr Bertschi, die EU wird ja ihre Position nach heutigem Wissensstand nicht schlagartig ändern. Die Anforderungen werden sich nicht schlagartig. Die dynamische Rechtsübernahme bleibt, das ist klar. Aber in gewissen Bereichen bin ich überzeugt, ist die EU, sie sieht ja auch, was in der Schweiz durchgeht, was nicht durchgeht, dann auch bereit, gewisse Kompromisse zu machen. Kostet dann etwas, ist klar. Wir reden ja auch über gewisse jährliche Zahlungen dann. Es ist ein different take, das ist logisch. Aber viel lieber sowas als Referendumsdemokratie-Einschränkung und diese Unionsbürgerrichtlinie. Man muss einfach schauen, die EU hat ein Mandat, die hat einen Auftrag, in welche Richtung verhandelt werden soll. Und dieser Auftrag hat sich nicht geändert. Darum können die Verhandler auch nicht plötzlich der Schweiz entgegenkommen. Die haben ein klares Mandat, so wie auch der Bundesrat ein Mandat erhalten hat von uns. Dort müssen wir selbstkritisch sagen, wurden die roten Linien vermutlich ein bisschen zu eng gehalten. Damals, das würden wir so nicht mehr tun. Aber ich möchte noch reagieren auf das, was Herr Bertschi gesagt hat. Es ist ja vorgesehen, dieses Recht dynamisch zu übernehmen. Und da sind die direktdemokratischen Rechte der Schweizer Bevölkerung, der Institutionen, sind dort gewahrt. Ich sehe das Problem einfach nicht. Das war vielleicht ein Problem auch in der Kommunikation, natürlich verständlicherweise. Wurde es von den Befürwortern gesagt, man kann es mit Ausgleichszahlungen regeln. Ich kam gerade wieder vor drei Tagen in der ARD, war eine Sendung zu diesem Thema. Das ist nicht das Fakt oder Fakt ist, dass Ausgleichszahlungen, Vertragskündigung oder Guillotine ermöglichen. So war es nicht, Herr Bertschi. Aber wir müssen nicht mehr über das Rahmenabkommen diskutieren. Wir müssen nicht mehr über das Respekt diskutieren. Wir hatten ein super Angebot. Dieses Angebot hieß, wenn ihr direktdemokratisch eine dynamische Rechtsentwicklung nicht übernehmen wollt, dann gibt es Ausgleichsmaßnahmen. Und schlussendlich werden diese Ausgleichsmaßnahmen dann verhältnismäßig zum Funktionieren des Vertrages betrachtet. Das haben wir verworfen. Ob wir es noch einmal bekommen, Herr Bertschi, das ist dann Ihre Verantwortung. Und ich möchte noch etwas zum Freihandelsabkommen sagen. Sie haben ja immer bemängelt, dass mit diesem institutionellen Rahmenabkommen das Freihandelsabkommen in eine Richtung geführt wird, welches wir nicht akzeptieren könnten. Aber jetzt gibt es gerade die SVP, die verlangt, dass wir anhand eines institutionalisierten Abkommens sollen wir ein Freihandelsabkommen abschließen. Haben Sie das Gefühl, die EU würde in diesem Freihandelsabkommen, und welche Sie oder die SVP fordert, dann andere Bedingungen zulassen, wie mit dem Rahmenabkommen? Herr Bertschi? Ich weiß nicht, da haben Sie einfach irgendwo eine schräge Auffassung. Das Projekt ist mir jetzt nicht bekannt. Aber ein Freihandelsabkommen ist ein bilaterales Abkommen. Und das muss auch ein bilaterales Abkommen bleiben. Ich meine, für uns ist die langfristige Zukunft entscheidend. Und wenn Sie heute 20 Jahre hinausschauen, oder von heute bis 2020, es gibt OEC-Prognosen, dann die Chance der Schweiz liegt dort, wo Märkte wachsen. Dann werden in diesen 20 Jahren etwa 8% des absoluten Wachstums werden in der EU sein. Und 92% des absoluten Wachstums werden außerhalb der EU sein. Das ist nur OEC-Prognose. Aber in dem Sinne müssen wir Gewicht darauf legen, dass wir wirklich bezüglich Freihandelsabkommen mit Drittstaaten frei bleiben, das nach den Bedürfnissen unserer Wirtschaft abschließen zu können und uns nicht bei den EU-Abkommen mit anhängen müssen, die natürlich eine andere Wirtschafts- und Industriestruktur haben. Stimmt, das stimmt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist die EU die wichtigste Handelspartnerin. Und wenn Sie argumentieren, dass der Handel mit China oder mit Indien oder sogar mit den USA wichtiger ist als der Handel, jetzt mit dem wichtigsten Handelspartner auf unserem Kontinent, dann ist das einfach nicht gut. Das tut uns nicht gut, denn auch die aktuelle Situation zeigt, dass wir unsere Kräfte bündeln müssen, vor allem eben auch wirtschafts- und sicherheitspolitisch auf unserem Kontinent. Da können wir uns doch nicht handelspolitisch auf einen Staat wie China konzentrieren, welche uns vermutlich in den nächsten Jahren noch mehr politische Probleme bereiten wird. Und um Ihr Argument noch ein bisschen ins richtige Licht zu rücken. Wenn es die Alternative wäre, anstatt dieser dynamischen Rechtsentwicklung machen wir lieber ein Freihandelsabkommen mit der EU, das ein bisschen umfassender ist und dann grösser ist. Viel Vergnügen, Herr Bertschi, wenn Sie das versuchen. Da können Sie alles lesen vom Brexit. Und dann können Sie ein Land, das ist dann nicht bilateral, das sind 27 Staaten, die die ganze Geschichte dieses Rahmenabkommens und dieser Entscheidung kennen. Das wird nicht besser. Ich bin bei Ihnen. Ich bin bei Ihnen. Wenn das der Fehler war im Rahmenabkommen, dass wir die Angst hatten, dass wir nicht mehr eigenständig mit der EFTA Freihandelsabkommen abschließen können, dann können wir das lösen. Das ist wahrscheinlich das kleinste Problem. Aber da gibt es einen kleinen Punkt. Das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union ist eines der ältesten der Schweiz. Und die Europäische Union möchte auch gerne dieses alte Freihandelsabkommen modernisieren. Aber das machen Sie natürlich, haben Sie uns auch angeboten, machen wir, wenn wir mit euch eine institutionelle Lösung haben. Und dieses Risiko muss man nie eingehen. Die EU ist ein bisschen ein Empire, zum es kleinen Laut zu sagen. Wir müssen dieses Risiko eingehen. Wir brauchen die institutionelle Lösung für die Binnenmarktabkommen. Und dann kommen wir gar nicht darum herum, ein Freihandelsabkommen aus dem Jahre 1972 zu modernisieren. Gut, jetzt sind wir ja schon wirklich wieder weit im technischen Detail dieser verschiedenen Versuche der letzten zwölf Jahre, auch dieser Versuche, ein Freihandelsabkommen zu schließen. Das wurde von Seiten der SVP immer wieder vorgeschlagen. Das müsste doch möglich sein. Und jetzt möchte ich gerne Ihnen, liebes Publikum, doch noch eine zweite Frage stellen, die ich wäre überrascht, wenn auch die angenommen würde. Würden Sie einem EBR-Beitritt zustimmen? Das ist eine Tabufrage in der Schweiz, die man nie stellen darf. Erik Nussbaumer sucht sein Mobile, um abzustimmen, möglichst mehrfach. Man darf diese Frage nicht stellen. Und trotzdem sagen mir Fachleute, das wäre das mindestens so gute Rahmenabkommen, wie jenes, das wir hatten. Und ich bin gespannt, was Sie sagen. Herr Bertschi, wo wäre Ihre Antwort, wenn Sie jetzt Ihr Mobile griffbereit hätten? Erik Nussbaumer? Solange wir noch die Option für diesen sektoriellen Rahmenabkommen haben, dann sollten wir das versuchen. Wenn das scheitert, dann gibt es nur noch den EBR-Beitritt. Elisabeth Schneider-Schneider. Es wäre richtig gewesen, im 1992 hier Ja zu sagen. Ich habe, und ich nehme an, Sie haben auch Ja gestimmt. Heute ist die Situation ein bisschen schwieriger, weil die EBR-Staaten, vor allem Norwegen, uns gar nicht will. Und realpolitisch gesehen wird dieser EBR-Beitritt, weil er weitergeht als diese institutionalisierte Vorlage, welche wir verlangen, vermutlich wird es auch schwieriger haben. Trotz allem würde ich vermutlich hier Ja stimmen. Ui, 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 das ist jetzt tatsächlich eine Überraschung. 64 Prozent der Anwesenden zu Hause im Livestream oder hier im Saal würden zustimmen. Hätten Sie das erwartet, Herr Nussbaumer? Ja, ich meine, inzwischen hat die politische Bildung ihren Gang genommen in der Schweiz. Und ich bin eigentlich in diesem Publikum nicht überrascht, weil schlussendlich ist es so, wir haben eine super Lösung, wenn wir das hinkriegen mit der EU. Wenn das nicht geht, dann sind wir trotzdem immer noch vom Binnenmarkt umgeben. Wir sind immer noch von der dynamischen Rechtsentwicklung des Binnenmarktes umgeben. Wir sind immer noch in der Frage, wie gestalten wir die Zukunft? Und dann muss man eine Lösung finden. Die EU-Mitgliedschaft werden Sie ja wohl jetzt nicht abfragen. Nein, wir hatten keine dritte Frage mehr. Herr Bertschi, 64 Prozent Ja zum E-Wert, das hätten auch Sie nicht erwartet. Also in diesem Plenum hier schon. Wieso denn? Wieso? Überrascht mich das in dem Sinne nicht. Das ist klar, das ist das Wirtschaftszentrum Zürich. Städtische Verhältnisse, Management versus Familienunternehmer, das sind doch Welten im Denken. Ja, Publikumsbeschimpfung. Nein, nein, so habe ich es nicht gemeint. Aber Sie haben mich nur gefragt, ob ich es erwartet hätte oder nicht. Also, wenn Sie mich gefragt hätten, hätte ich 60, 40 gesagt. Nein, das ist alles wahr, was Sie gesagt haben und nichts falsch. Herr Oster, ich möchte doch auch, um Herrn Bertschi diesen Punkt wieder aufzunehmen, der vorhin abgebügelt wurde, brüsk, diesen Punkt mit Ihnen noch ansprechen. Ist die Ausrichtung und die Freiheit von Verträgen gegenüber China, gegenüber der Welt überhaupt nicht wichtiger geworden als der Zutritt zum EU-Binnenmarkt? Also, aus handelspolitischer Sicht bin ich auch eher der Überzeugung, dass einfach schon wegen der Geografie die Europäische Union über kurz oder lang oder zumindest in den nächsten Jahren, sage ich mal, der wichtigste Handelspartner der Schweiz bleiben wird und deswegen auch die Beziehung besondere Bedeutung haben sollte. Natürlich spricht nichts dagegen, sich jetzt auch anderen Ländern zu öffnen, wie zum Beispiel China. Aber das funktioniert ja auch nicht so einfach. Auch das Handelsabkommen mit den USA hat sich ja auch nicht so leicht gestaltet. Also, deswegen denke ich, ist einfach die geografische Lage der Schweiz legt schon nahe, dass doch die europäischen Beziehungen besonders wichtig sind. Herr Bertschi, eine Replik von Ihnen? Ja, absolut einverstanden. Ich meine, Europa wird für die nächsten 20 Jahre auch bei diesem kleinen Anteil am Gesamtwachstum sicher der grösste Handelspartner bleiben. Aber es sollte nicht ein Entweder-Oder sein, sondern ein Sowohl-als-Auch. Das war das Risiko mit diesem institutionellen Klausel im Freihandelsvertrag noch mit Verknüpfungen mit der zukünftigen europäischen Außenhandelspolitik als Absichtserklärung. Es waren nur Absichtserklärungen, aber da liegt eigentlich die Gefahr. An diesem Punkt, wo wir fast Einigkeit erreicht haben auf der Bühne, möchte ich gerne die Diskussion öffnen für Sie, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt Mikrofone, Kolleginnen mit Mikrofon, die herumgehen. Und ich sehe die erste gehobene Hand hier in der Mittelreihe, circa vierte von vorne. Ich verstehe das Argument nicht von Herrn Bertschi, dass eine Mitgliedschaft in der EU für einen Schweizer Betrieb hemmend ist. Ich kenne Ihnen zwei Beispiele als normaler Bürger. Ich muss ein Paket nach Österreich schicken. Das kostet mich 25 Franken. Wenn ich das in Lustenau verschicke, kostet mich das vier Franken. Wenn ich das in Bordeaux verschicke, kostet mich das auch vier Franken. Wenn ich über die Grenze komme, ich muss das Labormaterial aus München nach Zürich bringen, mit einem Transport. Wenn ich das nach Bordeaux bringe, keine Grenzverfahren. Wenn ich das nach Zürich bringe, sitze ich in Lustenau an der Grenze mindestens zwei Stunden, bis die ganzen Zollformalitäten gemacht worden sind. Sie müssen mir doch nicht sagen, dass als Unternehmer diese Hemmschwellen ein Vorteil sind. Das ist doch ein Nachteil. Wenn ich im Betrieb in der EU bin, kann ich über 50 Millionen, 500 Millionen Raum meine Artikel exportieren, ohne Bürokratie oder mit minimaler Bürokratie. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, von Lieferketten, Handel, grenzüberschreitend, verstehen Sie ein kleines bisschen was, Herr Bertsch, bitte. Ja, also natürlich, es gibt kleine Hemmnisse, aber der normale Austausch von normalen Gütern ist eigentlich liberalisiert. Die Zollanmeldung, die gibt es auch zwischen EU-Staaten für gewisse Mehrwertsteuererfassungen und so. Also da sehe ich nicht mehr die großen Handelshemmnisse. Aber ich glaube schon, in dem Bereich spricht nichts dagegen, wo die Problematik natürlich liegt, ist, dass die EU mehr und mehr wirtschaftsrelevante Bereiche vergemeinschaftet unter dem Aspekt Binnenmarkt, weil dann braucht es nicht Einstimmigkeit, dann erreichen auch qualifizierte Mehrheiten und dann hat man sofort, ich sage mal, andere Effekte im Bereich beispielsweise der Arbeitsgesetzgebung, im Bereich der Mitbestimmung und so weiter, die einfach unseren liberalen Wirtschaftsplatz doch erheblich verändern könnten mittelfristig. Herzlichen Dank. Ich glaube, die nächste Frage ist hier hinten, wenn ich sie richtig sehe. Nein, bei Ihnen, bitte. Sie können per Hand heben, sich einschalten, wenn Sie mögen. Ich möchte die Zeitfrage oder die Zeitachse ansprechen und zwar an zwei Beispielen am Stromabkommen. Man kann verschiedener Meinung sein, aber ich glaube, die Schweiz muss in den europäischen Strommarkt integriert sein. Gerade jetzt mit dem Ukraine-Konflikt sehen wir, wie sensitiv Energiefragen sind und der Strom wird noch wichtiger und wir drohen, aus dem europäischen Strommarkt rauszufliegen. Das zweite Beispiel wäre das angesprochene Horizon 21-28. Es geht dann nicht nur um Geld, es geht darum, dass unsere Hochschulen in der Academic Community integriert sind, dass sie Projekte lancieren und führen können, dass sie sich vernetzen können. Es geht um Karrieren an den Universitäten, es geht um den Status unserer Universitäten. Und jetzt die Frage, wie lange müssen wir warten, bis wir hier, sagen wir, Planungssicherheit haben? Haben Sie etwas vor fünf Jahren? Die EU ist jetzt mit der Ukraine beschäftigt. Sie können davon ausgehen, dass in den nächsten zwei, drei Jahren die EU da nicht eine Priorität bei der Schweiz setzt. Also wie lange müssen wir warten, bis wir Planungssicherheit haben? In einer recht akuten Krise, wo die Energiesicherheit sich stellt, auch die Frage sich stellt nach der Energiesicherheit, wo die EU über gemeinsame Gasbeschaffungen nachdenkt, sind wir immer noch an diesem Punkt, wo wir vor zwölf Jahren waren. Haben wir diese Zeit noch? Ich fange diesmal mit Ihnen an, Frau Schneider-Schneider. Nein, wir haben diese Zeit nicht. Die Stromversorgung und eine drohende Stromlücke, das ist ein großes Problem. Deshalb dürfen wir nicht fünf Jahre warten. Wir dürfen auch nicht drei Jahre warten. Die Probleme sind identifiziert. Wir wissen, was wir brauchen. Wir wissen, was die EU will. Und da sollten einfach Lösungen möglich sein. Lösungen auch vor den Wahlen 23. Wenn der Bundesrat jetzt nicht den Mut hat, vorwärts zu machen, werden wir einen enormen Schaden haben. Nicht nur im Bereich Strom, sondern Sie haben es gesagt, auch im Bereich der Forschung und in vielen anderen Bereichen. Es wurden in der Zwischenzeit sehr, sehr viele weitere Probleme identifiziert, von welchen der Bundesrat nicht so gerne spricht. Aber wir müssen jetzt vorwärts machen. Und jetzt haben wir ein Window of Opportunity. Sie haben das gesagt, die EU hat andere Probleme. Und wenn wir jetzt konkret mit einer Lösung kommen, dann sollten wir das unter Dach und Fach haben. Die Europäische Union hat sicher immer andere Probleme, aber sie wird ohne Zweifel mit uns verhandeln, wenn wir eine klare Willensäußerung machen. Und der Bundesrat weiß, was er will. Es ist überhaupt nicht das Problem auf der europäischen Seite. Die werden im Zwei-Wochen-Rhythmus mit uns verhandeln, wenn wir wissen, was wir wollen. Und das war auch so bei den Briten und auch jetzt die Probleme-Lösung beim Nordirland-Protokoll. Schauen Sie mal, wie Kommissar Sefcovic mit den Briten redet und nach Lösungen sucht. Wenn man politisch will, die EU wird die Türen aufmachen. Aber das Problem ist nicht bei der EU. Der Bundesrat weiß nicht, was er will. Er macht jetzt Sondierungsgespräche wie im Jahre 2010. Er wird noch einmal herausfinden, wie die Streitbeilegung vielleicht anders gelöst werden könnte. Alles gut und recht. Wenn er weiß, was er will, geht es schnell. Und dann würde ich Ihnen sagen, kann man es schneller machen, sogar noch als drei Jahre. Nehmen Sie das Beispiel von Ueli Maurer, OECD, Mindeststeuerstandard. Er steht hin und sagt, ohne dass etwas geschrieben ist, es ist nur beschlossen in der OECD, sagt er, im Juni 2023 will ich die Abstimmung. Es ist rein politisches Leadership, welches im EU-Dossier fehlt. Es ist einfach eine Katastrophe, sage ich jetzt als Parlamentarier, der oberhalb der Exekutive steht. Es ist eine Katastrophe, wie das Leadership läuft in diesem Dossier. Wenn man will, kann man schnell vorwärts gehen. Und wenn wir jetzt sogar noch Herrn Bertschi haben, dass er sagt, ich bin auch für elementare Punkte des Vertrages, dann finden wir eine Lösung. Also Herr Nussbaum, Sie freuen sich, dass Herr Bertschi an Bord ist für elementare Punkte. Er scheint schon wieder den Widerspruch zu suchen. Eine Sekunde. Sie sagen, der Bundesrat sei in der Pflicht und sollte Klarheit gewinnen, was er denn will. Ob er für den Rahmenvertrag ist oder dagegen. Die Leute im Publikum, die sich elektronisch gemeldet haben, sind eher der Ansicht, dass Sie sich klar werden sollten, wo Sie stehen. Oder genauer gesagt, Ihre Partei. Verschiedene Fragen aus dem Publikum. An Herrn Nussbaum, es waren ja auch die Gewerkschaften, die gegen das Rahmenabkommen waren. Wie soll das gelöst werden, Herr Nussbaum? Ja, ich schließe mich hier Herrn Filiger an. Es ist eine nebensächliche Frage. Ich glaube, man kann es lösen. Ich bin sehr enttäuscht von dieser Strömung, die sagt, wir möchten in diesem Bereich keine gerichtliche Streitbeilegung. Vielleicht schafft man es mit einer politischen Streitbeilegung. Es ist klar, es braucht dynamische Rechtsentwicklung und es braucht auch in dieser Frage eine Streitbeilegung. Aber die Position der SP ist ja das wahre Problem in der Europadebatte. Seit 20 Jahren weiß man, dass die SVP eine klare Position hat. Die bleibt auch gleich. Die ist verlässlich. Darauf kann man sich verlassen. Aber die SP ist einerseits für den EU-Beitritt, andererseits gegen das Rahmenabkommen, einerseits für die Bilateralen, andererseits gegen Frontex. Ja, was denn jetzt? Darum müssten Sie, wenn Sie im Kanton Basel Land wohnen würden, müssten Sie sich ja nur für Nussbaumer entscheiden. Also, ich kann jetzt nicht die ganze Zerrissenheit der SP hier verteidigen. Ich bin überzeugt, dass wir mitwirken wollen in Europa. Ich bin überzeugt, dass auch der EU-Beitritt aus demokratischen Elementen natürlich viel besser wäre als diese Assoziierungsdimension. Wir übernehmen Recht. Darum, glaube ich, stimmt diese Position schon. Aber sie wurde ein bisschen in den letzten Jahren schwieriger. Weil natürlich, wenn man jedes Mal sagt, ich habe auch noch eine andere Idee, wie man jetzt diese Frage lösen könnte, dann hat man schon ein Problem mit der europäischen Rechtssitzung. Hans-Jörg Pertsch. Ja, auch zwei Bemerkungen zur Frage bezüglich Horizon und Strom und zur klaren Meinung im Bundesrat, die ich auch als sehr wichtige erachte. Also, Horizon ist wirklich eine Sache, wo wir irgendwie den Rang finden müssen. Das ist auch klar, in möglichst rascher Zeit, um da wieder dazuzukommen. Aus meiner Sicht sollten wir auch parallel schauen, dass wir auch noch weitere Abkommen haben. Weil es ist klar, das Wort Champions League ist gefallen. Aber wenn man die EU-Universitäten anschaut, dann sind sie vielleicht eher in der Challenge League als in der Champions League. Aber trotzdem, es ist unser Kulturraum, es ist unser Austausch. Da müssen wir sehr rasch hinkommen. Und Stromabkommen, also Stromthematik, ich glaube, das ist für die Schweiz und für die Schweizer Wirtschaft wahrscheinlich jetzt kurzfristig eines der brennendsten Probleme. Weil ohne zusätzliche Stromproduktion in der Schweiz werden wir 2025 mit grösster Wahrscheinlichkeit Blackouts haben im Spätwinter. Und das lässt sich jetzt noch korrigieren. Aber hier haben wir genau die Problematik im Bundesrat, dass da verschiedene Positionen da sind, verschiedene Meinungen. Und am Schluss geht es nicht vorwärts. Also es gibt Konzepte, die sich umsetzen lassen mit zusätzlichen Pieker, also Spitzenlastkraftwerken. Das wäre bis 2025 möglich. Dort ändert die EU-Gesetzgebung der Durchleitung. Und ob wir jetzt ein Stromabkommen haben oder nicht, werden wir nicht mehr Strom kriegen. Wir werden weniger Strom haben im Winter, als wir heute haben. Und im Moment möchte der Bundesrat versuchen, das mit Strom sparen und mit dieser Wasserreserve in den Staubschrauben stecken. Und das wird nicht gehen, oder? Wenn Sie mögen, ein Satz. Ein Satz. Es gibt einen neuen Begriff in der EU, der heisst Gesamtheit der Beziehung Schweiz-Europäische Union. Und darum vergessen Sie das. Wir werden in einem Teil eine Lösung finden und in einem anderen. Die wollen mit uns jetzt alles gelöst haben. Nach zwölf Jahren drehen die durch. Aber 2025 werden alle zu wenig Strom haben. Wenn wir ein Problem haben, werden die nicht sagen, oh, jetzt haben wir ein Problem, jetzt machen wir das mit denen. Wir werden gleich in die Kaffeepause wechseln und nachher an einem zweiten Panel hoffentlich angeregt weiter diskutieren. Aber eine letzte Frage gibt es noch, und zwar aus dem Publikum. Und die geht an Sie, Frau Schneider-Schneider. Eigentlich ist es sogar eine Doppelfrage. Erster Teil der Frage hat nicht auch Herr Pfister, der Präsident der Mitte, das Rahmenabkommen abgelehnt. Genau. Das ist eine gute Frage. Nein, ich wollte auf die Frage der Rolle der SP... Nein, nein, Entschuldigung, Herr Schneider. Ich habe da auch noch einen zweiten Teil. Lassen Sie mich ausreden. Ich wollte auf die Frage der SP sagen, ich denke, dass viele Parteien ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass das Rahmenabkommen gescheitert ist. Viele Parteien, auch meine Partei, hat einen aktiven Beitrag geleistet. Und was wir jetzt tun sollten, statt Vergangenheitsbewältigung zu machen, die europapolitische Allianz wieder schaffen. Von SP bis und mit FDP. Auf die SVP müssen wir sowieso verzichten. Das ist vergebliche Liebesmühe. Ich freue mich, wenn Sie jetzt Frontex unterstützen. Übrigens auch die SP sollte Frontex unterstützen. Sonst schaffen wir es nie mit der EU, was hinzubekommen. Aber wenn wir die europapolitische Allianz wieder hinbekommen, dann packen wir das. Und da müssen sich die Parteispitzen zusammenraufen, mit den Bundesratsparteien sprechen und hier Lösungen finden innerhalb vom Bundesrat. Und heute war ein guter Artikel in der NZZ, dass halt der Bundesrat Leadership übernehmen muss. Nicht nur in dieser aktuellen Krise, aber auch in der Europafrage. Und wenn Sie sich einig sind und die Parteispitzen sich einig sind, dann wird diese europapolitische Allianz wieder spielen. Und jetzt bin ich gespannt auf den zweiten Teil. Also genau, der erste Teil der Frage schaut in die Vergangenheit. Und der zweite Teil schaut, wie Sie es gerade gewünscht haben, in die Zukunft erlautet. Werden Sie die nächste Parteipräsidentin? Wirklich wahr? Echt? Echt. Nein, ich bin viel... Nein, nein, ich sehe meine Rolle... Ja, ich bin ja noch sehr jung. Ich sehe meine Rolle eigentlich künftig eher in der Wirtschaft. Mir hat mal eine sehr kluge Kommunikationsfrau den einzigen Satz beigebracht, den man da braucht. Diese Frage stellt sich momentan nicht. Herzlichen Dank, Frau Schneider. Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Gäste. Bis gleich. Vielen Dank. 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 Willkommen. Vielen Dank. Und die Frage. Frage, die Frage, die Sie in den letzten Wochen, wir sind, Tobias Straumann, ist das noch Neutralität, so wie wir sie vor kurzem noch definiert hätten? Ich glaube, weil das Rahmenabkommen gescheitert ist, ist die Verbindung nicht mehr so... Nein, sie ist wunderbar. Nein, ich bin völlig einverstanden. Also die in der Geschichte war die Neutralität, die hat sich immer sehr angepasst und ich bin völlig einverstanden. Frau Di Noso? Ja, sicher, ohne Probleme. Ich glaube, wenn es Diskussionen gab, dann liegt der Grund darin, dass man im 92 der letzten Neutralitätsdiskussion geführt hat mit einem Bericht. Und das war nach dem Fall der Mauer und seither wurde die Neutralität politisch nicht upgedatet, sage ich mal. Und das ist dringend wieder nötig, dann hätten wir vermutlich diese Bewerfungen nicht gehabt. Man kann Sanktionen beschliessen, das ist überhaupt kein Problem innerhalb der Neutralität. Es ist ja interessant, wir haben hier im Saal eine deutliche Mehrheit, dass das nicht das Neutralitätsgebot gebrochen hat. Aber es hat doch auch einige, die das anders sehen. Und ich möchte, das war nicht geplant an diesem Punkt, gerne ein bisschen Licht im Saal haben und bitten jemanden, der tatsächlich dieser Ansicht ist, sich zu melden, falls sie sich getrauen. Ja, der Bundesrat hat die Neutralität der Schweiz verletzt. Und hier ist ein Mann, herzlichen Dank, der den Mut zusammennimmt. Also, meines Erachtens ist die Bundesverwassung verletzt worden. Der Bundesrat hätte das nie so machen dürfen. Ausser, es wurde vorhin gesagt, 1989 Fall der Berliner Mauer. Oder Sie können auch weiter zurückgehen. Vietnamkrieg, Krieg in Kambodscha, Krieg dort und dort, immer von den USA geführt. Der ganz furchtbare Krieg in Serbien. Bombardierung durch die NATO, durch die USA von Serbien. Hat die Schweiz je Sanktionen ergriffen gegen die USA? Tiana Moser, bitte. Wow. Okay, großes Thema. Ihre Antwort. Ich bin nur der Moderator, Sie müssen nicht mich haben. Nein, die Schweiz hat nie Sanktionen gegen die USA ergriffen. Und selbstverständlich muss man das immer einordnen. Ich habe jetzt die Beurteilung gemacht aufgrund der aktuellen Situation. Und ich glaube, wir brauchen auch, und vielleicht zeigt das auch gerade diese Meinungsäusserung, wir brauchen eine politische Auseinandersetzung. Was bedeutet denn die Neutralität in der heutigen Zeit? Und ich glaube, vorher haben wir gehört auf dem Podium, wir befinden uns in einer Zeitenwende. Und das ist der Fall. Und ich glaube, die Schweiz muss reflektieren, ist das gelebte Neutralitätsverständnis überhaupt noch zeitgemäß? Selbstverständlich. Ich möchte genau diesen Punkt aufnehmen mit Herrn Bundesrat Pamela. Wir haben hier über Sanktionen geredet. Wenn man eine richtig gute Analyse dazu lesen möchte, bietet sich die NZZ am Sonntag an, am kommenden Sonntag. Wenn man alle News wissen will, die NZZ von morgen früh. Aber wir können natürlich auch den Mann hier gerade direkt fragen, der es entscheidet. Zumindest im Gremium. Herr Bundesrat, was sind die nächsten Schritte bei den Sanktionen, die die Schweiz geplant hat? Ja, der Bundesrat, wegen den Sanktionen. Der Bundesrat hat entschieden, dass er die Sanktionen übernehmen will. Aber das muss klar sein. Wir haben das Hambago-Gesetz. Das ist die Grundlage. Wir müssen Sanktionen vom UNO oder OSCD. Und wir können diese Sanktionen von unseren wichtigsten Partnern übernehmen. Das hat der Bundesrat grundsätzlich entschieden. Aber natürlich nachher, Fall zu Fall, analysiert er das. Und in den Verordnungen muss er sehen, ob es geeignet ist, ja oder nein. Manchmal ist es nicht möglich. Haben Sie bemerkt, zum Beispiel das letzte Mal, wir haben gewisse Ausnahmen gemacht. Das ist unsere eigene Meinung. Und das wird weiter so gehen. Gemäß Neutralität, Sie können den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend diskutieren mit Juristen. Es ist Neutralitätsrecht, Neutralitätspolitik, gute Dienste, Politik und so weiter. Hier für den Bundesrat war es klar, dass er, wie er reagiert hat, korrekt. Herzlichen Dank, Herr Bundesrat. Und ich möchte, Sie merken jetzt die Diskussion ein bisschen offen gestalten. Herr Villiger, der uns vorhin schon ein bisschen, wie man auf Schweizerdeutsch sagen würde, die Kappe gewaschen hat. Mit einer feurigen Rede, die an die großen Fragen der Politik erinnert hat. Herr Villiger, Sie haben kürzlich vor einem Monat in der NZZ-Tageszeitung einen vielbeachteten Text veröffentlicht. Ein Text zur Neutralität und Sie haben darin geschrieben, wenn die Schweiz im Ukraine-Krieg, jetzt im Unterschied vielleicht zu Kriegen, an denen Amerika beteiligt war, die USA, wenn die Schweiz neutral geblieben wäre, hätte sie Russland unterstützt. Sie schrieben, in diesem krassen Fall wäre Neutralität Parteinahme für einen Aggressor. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Also ich muss vielleicht vorausschicken, ich glaube, das hat Herr Bundesrat Barmanin gesagt, es gibt Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik. Neutralitätsrecht ist relativ eng definiert. Das bedeutet, wir dürfen keine Waffen liefern, wir dürfen keine Truppendurchmärsche gestatten. Bei Überflügen wird es schon etwas schwierig, oder auch Diskussionen, die stattgefunden haben. Wir dürfen also kriegerisch keine Partei unterstützen. Neutralitätspolitik heißt nichts anderes, als dass man eine Politik führt, die sicherstellen kann, auch glaubwürdig genug ist, dass wir im Kriegsfall auch neutral bleiben dürften. Jetzt ist unsere Neutralität eine bewaffnete Neutralität. Sie wurde uns im Wiener Kongress auferlegt und auch die Bewaffnung wurde auferlegt, denn eine Neutralität, die man nicht verteidigen kann, ist ein Vakuum und war damals nicht im Interesse der Mächte auf einer Seite Österreich, auf der anderen Seite Frankreich. Was aber neu ist heute, ist, dass die eigenständige Verteidigung für einen Kleinstaat bei all den Weltraumwaffen, den neuen Raketen usw. ganz unabhängig selber, selber nicht sichergestellt werden kann. Und dazu kommt, dass die Neutralität damals fokussiert war auf Demokratien um uns herum, nicht auf Demokratien, auf Mächte, die sich gegenseitig bekämpft haben. Und heute sind wir eigentlich von Freunden umgeben mit gleichen Werten. Und das führt dazu, dass wir uns wahrscheinlich überlegen müssen, auch die engere Neutralität etwas zu überdenken, wenn wir alle gemeinsam bedroht sind. Jetzt diese Sanktionen haben direkt nichts mit dem Neutralitätsrecht zu tun. Sie sind, wir haben schon solche Sanktionen gemacht, die von der UNO damals zum Beispiel bei unterstützt worden sind in den ersten Kriegen, im ersten Golfkrieg. Und jetzt sind wir, glaube ich, in einer, und das komme ich auf diese Frage zurück, wir sind, die Umstände jetzt sind so, dass wir in einer Welt leben, die sich zunehmend zwischen Autokratien und zwischen Demokratien zu Konflikten führt. Und wenn dieser Konflikt, das ist meine Überzeugung, mit Russland und mit der Ukraine von den Russen gewonnen wird, dann hat das eine psychologische Wirkung auf das Gebaren der Autokraten weit über unsere Zukunft hinaus. Das kann bis nach China wirken, das kann bei anderen Potentaten Gelüste erwecken. Und in diesem Kampf, glaube ich, kann ein Land wie wir, das eine ganz hervorragende oder eine sehr starke Demokratie ist, auf den Volkswillen abstellt, die Werte und die Menschenrechte hochhält, kann schlicht nicht neutral bleiben. Und das wäre, wenn wir nur ganz gleich, sorry, wenn es zu lang wird, aber das war mein ganzes Leben, meine Krankheit. Das ist wunderbar. Nur nebenbei, wenn das jetzt nur darum ging, um ein paar kleine Lieferungen oder irgendetwas, könnte man wahrscheinlich schon sagen, wir sorgen dafür, dass die Schweiz nicht als Umgehungsort und that's it genutzt werden kann. Aber ich glaube, gerade wegen unserem Finanzplatz und gerade wegen auch gewissen Exportfirmen ist es eben sehr von Bedeutung, ob die Schweiz mitmacht oder nicht. Wenn sie nicht mitmachen würde, würde eine Lücke entstehen, die wirklich als Unterstützung auch der Kriegspartei Russland interpretiert werden könnte. Und privat glaube ich noch, dass wir dann wahrscheinlich von ziemlich großen Mächten umgekehrt sanktioniert worden wären und ob das dann ganz im Sinne unserer Schweizer Wirtschaft gewesen wäre, zweifelig. Herzlichen Dank. Das ist eigentlich eine reine Frage der Selbsterhaltung, dass wir uns diesen Sanktionen angeschlossen haben. Ich sehe Erik Nussbaumer, der zu einem Applaus anstiftet, bis jetzt allerdings ohne Erfolg. Herr Villiger, Sie haben das in der NZZ ebenso eloquent auf den Punkt gebracht und ich möchte das gerne vorlesen. Sie schrieben von einer differenzierten Neutralität und verlangten bei Konflikten zwischen europäischen Demokratien und bei irgendwelchen anderen weltweiten Konflikten bliebe die Schweiz neutral. Doch wenn das demokratische Europa angegriffen würde, wäre sie mit den Angegriffenen solidarisch und das könnte bis zu einem Assoziationsvertrag mit der NATO gehen. Tiana Moser. Also ich bin sehr dankbar um diese Einordnung. Vielleicht war sie etwas lang, aber ich glaube, sie war sehr wertvoll in dem Sinne, weil es eben genau diese Ausregungen gemacht hat, wo ich denke, dass wir sie machen müssen. Wir sind, Herr Villiger hat den Wiener Kongress erwähnt und wir leben einfach nicht mehr in der Zeit des Wiener Kongresses. Daher stammt unsere Neutralität. Und wenn wir heute anschauen, wie die Schweiz funktioniert, sind wir ein hochglobalisiertes Land. Wir sind total vernetzt und ich habe, mein erstes Votum war, wir sind kein wertefreies Land. Wir haben ganz klare Werthaltungen und wir befinden uns momentan in einer Zeitenwende. Die Welt wird neu geordnet. Jetzt wird sie neu geordnet und um die Frage zu beantworten, die Sie mir gestellt haben, selbstverständlich müssen wir uns überlegen, wie wir mit der NATO zusammenarbeiten. Wir arbeiten heute mit einem Partnership for Peace zusammen. Es gibt weitere Möglichkeiten, mit der NATO zusammenarbeiten und diese Diskussion, die müssen wir jetzt in der Schweiz führen. Aber es ging weiter, es ging weiter als eine Zusammenarbeit mit der NATO, es ging hin zu einem Solidaritätsbündnis, das man mit einem Assoziationsvertrag regeln könnte, wo man interne Konflikte zwischen NATO-Mitgliedern, wäre man neutral. Irgendwelche anderen globalen Konflikte wäre man neutral. Aber wenn das demokratische Europa angegriffen wird, zeigt man sich solidarisch. Rudino. Ich möchte auf zwei Punkte noch rasch hinweisen. Als erstes bin ich froh, dass man jetzt von Wiener Kongress gesprochen hat, weil es gibt eine Partei, die meint, dass ein Mariano passiert. Das müsste man auch irgendwann mal diskutieren, oder? Und das Zweite ist, und das tut mir jetzt etwas leid, ich glaube, die Entscheidung war gar nicht so wichtig. Ich weiss gar nicht, ob wir noch wissen, was wir entscheiden. Weil am Tag, wo der Bundesrat gesagt hat, er braucht noch zwei Tage zum Überlegen, habe ich bereits in der Firma von meinen Lieferanten und Kunden Briefe bekommen, unterstütze ich das Embargo und wenn nein, dürfen wir mit euch nicht mehr arbeiten. Und keine Schweizer Bank hätte noch arbeiten können, ohne dass der Bundesrat diesen Entscheid gefällt. Das ist die Situation, wo ich drinstecke. Der Entscheid, also ich bin ja froh, dass wir den Entscheid sogar diskutieren, aber es ist sonnenklar, jeder wirtschaftlich tätige Bereich, der irgendeinen Kontakt mit dem Ausland hat, und wenn sie mit Russland arbeiten, haben sie Kontakt mit dem Ausland, hat sich an die Sanktionen der EU und der Amerikaner halten müssen, egal was die Schweiz entscheidet. Sie haben gar keine andere Chance gehabt. Und darum bin ich froh, dass der Bundesrat uns, der Wirtschaft, gesagt hat, okay, was in der EU gilt, gilt auch in der Schweiz. Herr Bertsch, auch von Ihnen kein Widerspruch? Mikrofon kommt sofort. Oder Sie zum Mikrofon, vielen Dank. Nein, absolut kein Widerspruch. Also wir sind auch selber in Russland tätig, auch in der Ukraine. Und wir haben auch sehr schnell gehandelt und entschieden. Am Tag nach dem Einmarsch haben wir Entscheidungen gefällt, haben mit dem lokalen Management gesprochen, haben auch geschaut, wie die sich stellen dazu. Und die sind auf unserer Seite, ganz klar. Und dann haben wir gesagt, okay, 100% Einhaltung der US-Sanktionen, 100% Einhaltung der EU-Sanktionen, dann können wir auf keiner Flamme weitermachen und schauen, dass wir die Beschäftigten noch, die 25 Jahre in Russland für uns arbeiten, weiterhin bei der Stange halten können. Aber das Management war Voraussetzung. Aber wir sind uns einig, da reden wir also nicht von Nachvollzug und von Schlechtsschlicht und solchen Dingen. Wir machen es einfach, einfach, dass wir klar sehen, was unser Freiheitsgrad noch ist in solchen Diskussionen. Genau, Sie haben es jetzt pointiert auf den Punkt gebracht, Herr Steiner-Rat-Noser, Interdependenz. Auf diesen Begriff könnte man es bringen. Wir mussten am Schluss fast diesen Entscheid fällen. Die Unternehmen hatten ihn längst für uns sowieso gefällt. Tobias Straumer. Ja, es geht ja nur um die Verantwortung. Es ist einfacher, wenn die Privaten sagen können, wir müssen, weil der Staat uns das vorschreibt, als wenn jedes einzelne Unternehmen das begrügt. Es geht eigentlich eher um die Koordination des Ganzen. Aber ich möchte auch einfach etwas anderes eingehen. Also die, ich glaube auch mit der NATO muss man reden, soweit ich das beurteilen kann. Aber was mich ein bisschen hellhörig macht, ist, dass man jetzt wieder von Zeitenwende spricht. Oder Bundesrat Filiger hat gesagt, wir haben uns getäuscht, 89 war nicht die Zeitenwende, die wir gedacht haben. Jetzt machen wir wieder dasselbe. Jetzt sagen wir, jetzt kommt schon wieder eine Zeitenwende. Und das, glaube ich, das Problem ist, dass wir eigentlich alle fünf Jahre haben wir eine Zeitenwende. Also 9-11 war eine Zeitenwende, die Finanzkrise war eine Zeitenwende, Trump war eine Zeitenwende, Brexit. Und ich glaube, man muss jetzt sehr ruhig bleiben und nicht das Gefühl haben, wir müssen alles wieder neu ordnen, so wie wir eben im Nachhinein, vielleicht wirklich in den 90er Jahren, zu euphorisch reagiert haben. Und da bin ich ein bisschen als Historiker jetzt doch schon ein bisschen erstaunt, dass sozusagen der Rhythmus der Zeitenwende, der war früher in der Geschichte nicht so. Der ist jetzt plötzlich wahnsinnig verschneuert worden. Das Mikrofon scheint nicht zu funktionieren. Sie dürfen meines fragen. Kurz wie immer, ich habe nicht gesagt, es sei eine Zeitenwende. Ich habe gesagt, es sei keine Zeitenwende, aber wir würden sie neu bewerten. Herzlichen Dank, Herr Alp und der Frau Spilliger. Keine Zeitenwende, Einigkeit mit Tobias Straumann. Und das Mikrofon kriegen wir hoffentlich auch wieder zum Laufen, wenn schon die Züge zwischen Straßburg und Zürich ernsthafte Probleme zu haben scheinen. Ich meine, die ganze... Ah, da kommt er schon. Da kommt er schon. Einen herzlichen Applaus für Herrn Mandl, der den Saal gefunden hat. Herr Mandl, herzlich willkommen an diesem Podium. Ich freue mich, dass Sie es geschafft haben. Danke für die Einladung vielmals. Und sorry for a delay. Ich komme mit dem Zug aus Straßburg. Willkommen. Schön, sind Sie hier. Sie wiederzusehen. Hallo. Wir sind mitten in einer Diskussion über Souveränität, über Neutralität und über Kreuzabhängigkeiten in einer globalisierten Welt, wo man uns fragt, ob die Schweiz überhaupt noch selber entscheiden kann, dass sie ihre Sanktionen nachvollzieht, oder ob die Unternehmen bereits längst diese Entscheide gefällt haben, weil sie sonst nicht mehr wirtschaften können und eigentlich auch der Schweizer Staat gar keine andere richtige Wahl hat. Sie sind Österreicher, Sie sind Vertreter der ÖVP im Europäischen Parlament. Wie haben Sie die Diskussion in Österreich beurteilt, was genau diese Sanktionsfrage angeht, diesen Nachvollzug? Danke nochmal für die Einladung. Ich komme gerade aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Der ist ja nicht so weit weg von Zürich und dennoch ist es eine weite Anreise. Und umso schöner, dass es nur die akademische Viertelstunde ist, die jetzt für die Verspätung sorgt. Und wir haben tatsächlich über Sanktionen abgestimmt, und zwar unmittelbar vor der Abreise. Das Europäische Parlament funktioniert so, dass die Schlussabstimmung in großer Hektik immer stattfindet und dann mit sofortiger Abreise in alle Himmelsrichtungen. Und im Vorfeld dieser Abstimmung und wie ich in den Social-Media-Kanälen und bei Medienreaktionen auf der Reise auch schon beobachte, ist auch für Österreich und für Österreicherinnen und Österreicher vieles daran diskussionswürdig. Was nicht diskussionswürdig ist oder eben nicht diskutiert wird in diesem Ausmaß, sondern ziemlich klar gesehen wird, ist, dass wir uns kümmern müssen um Freiheit und Frieden und dass wir, wie ich das immer sage, erstmals in der Geschichte eine unblutige Verteidigung gegen einen blutigen Angriffskrieg erleben. Wir erleben eine unblutige Verteidigung mit Wirtschaftssanktionen gegen einen blutigen Angriffskrieg. Was sieht die Ukraine? So sehe ich das. Das sieht die Ukraine an, das sagt der Rudinosa. Die Frage, ja, das habe ich schon oft gehört, das habe ich schon oft gehört, diese Reaktion. Es ist ja auch der Halbsatz natürlich anzuschließen, dass die Ukraine sich militärisch verteidigen muss und auch hier haben wir heute wieder beschlossen, dass die Unterstützung für die militärische Landesverteidigung der Ukraine weitergehen muss. Daher danke für die Ergänzung, damit niemand im Nachhinein sagen kann, der Mandel hat was weggelassen. Also dort ist es leider nicht unblutig mit all der Tragik, die dabei ist. Aber solange wir diese Kraft haben und wir bauen sie gerade auf und merken gerade, wie viel Kraft da ist, sind die Sanktionen die unblutige Verteidigung. Ich stelle mir einfach ab und zu die Frage, ob das wirklich immer, wir haben vorhin über Zeitenwende gesprochen, ob das wirklich immer Zeitenwende sind, weil wenn man ja die Situation wirklich anschaut, dann wurden ja während 20 Jahren Österreich und Deutschland gewarnt von dieser Energieabhängigkeit. 20 Jahre lang. Es gab immer, die USA hat gesagt, passt auf, ihr werdet abhängig. Und man hat immer gesagt, nein, man kann das regeln. Und heute stellen wir fest, man kann es nicht regeln. Das heisst, ich bin sehr gespannt, wie Österreich und Deutschland jetzt mit dieser Energie umgehen, weil eigentlich, wenn man Menschenrechte betrachtet, wenn man über Lieferkettengesetz spricht, wenn man über Konzernverantwortung spricht, kann man von einem Staat, der die Menschenrechte so mit Füßen tritt, nichts beziehen im Moment. Eigentlich, Herr Wandel, finanzieren wir den russischen Angriff. Noch einmal. Und das wollen wir beenden. Also, Sie laufen offene Türen ein, besonders, ganz ehrlich, es sind jetzt ziemlich genau sieben Tage Verhandlungen gewesen. Für mich bis gestern 23 Uhr vor den heutigen Abstimmungen. Wir als Österreicher hatten sogar einmal eine staatsvertragliche Verpflichtung für unsere Unabhängigkeit und Neutralität, russisches Gas abzunehmen, wenn man ganz weit zurückgehen möchte in die Geschichte 1955. Aber das darf alles jetzt keine Ausrede sein, dafür jetzt nicht zu handeln. Jetzt müssen wir handeln, genau in die Richtung, die Sie sagen. Und wir haben uns ja dazu durchgerungen, so bald wie möglich auch Gaslieferungen zu stoppen, schon vorher mit Öl und anderen Rohstoffen zu beginnen. Und die Sanktionen der ersten, zweiten, dritten und vierten Welle, die ja schon in Kraft sind, zeigen auch schon ihre Wirkung. Aber die Sanktionen müssen so lange vertieft werden und verbreitert werden, bis sie wirken. Auch das ist ein wichtiger Grundsatz, den ich auch versucht habe, in den Verhandlungen der vergangenen Tage zu befolgen. Für mich selbst und letztlich, glaube ich, ist es sowieso ein Ziel der Europäischen Union, Abhängigkeit von fossilen Energieträgern abzubauen. Das muss jetzt schneller gehen. Und wenn fossile Energieträger werden, sie anderswo herkommen müssen. Die Frage ist ja, ob man das schafft und zu welchem Preis für Privathaushalte, zu welchem Preis, vor allem auch für die Wirtschaft, man das schafft. Ist das realistisch, Herr Stenner hat Nostert, also in der Schweiz diese Unabhängigkeit hinbekommen? Von russischem Gas? Erdöl ist noch das eine. Gut, für die Schweiz ist das möglich. Wir haben, glaube ich, 15 Prozent Gas in der Schweiz und davon die Hälfte von Russland. Also diese 7,5 Prozent Energieträger kann man mit neuen erneuerbaren Energien, mit Wasserkraft und auch mit Atom, möchte ich hier gar nicht deutlich sagen, kann man die auffangen. Das ist möglich, denke ich. Kurzfristig? Also in der Schweiz sogar kurzfristig, denke ich. Also not a bene, ich gehe so davon aus, wenn Europa kappen würde, dann würde die Schweiz von dem Tag an gar kein Gas mehr kriegen, weil die Europäer würden die Schweiz ja dann vermutlich vergessen, gehe ich davon aus, oder? Wir müssen mit dem rechnen in der Schweiz, dass kein Gas mehr kommen würde, wenn Europa das kappt. Darum tun wir gut daran, dass wir uns auf das vorbereiten. Aber das ist, glaube ich, auch möglich. Auch möglich im Prinzip auf Solidarität mit der Ukraine. Ja, also ich meine, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und die Zahlen, das sind die, die Ruhe die Nose gesagt hat. Und am Schlussendlich ist dann die Frage, wie man damit umgehen würde. Also das ist realistisch, dieses Szenario. Und wir haben vorher eine Diskussion gehabt über Europa. Wir haben kein geregeltes vertragliches Verhältnis. Also wir müssten einfach auf den Gutwill der Europäer hoffen und würden uns vielleicht lieber einmal darum kümmern, die europäischen Beziehungen zu stabilisieren, dass wir eine vertragliche Basis hätten, bei den ganzen Sanktionen vielleicht auch mitsprechen könnten und damit auch ein bisschen einen Souveränitätsgewinn hätten. Da sind wir wieder in genau dieser Diskussion. Wenn wir Sie auf dem ersten Podium gehabt hätten, wäre die Mehrheit noch ein bisschen überdrückender gewesen, Herr Mertschi. Ich nehme, um zurück... Was? Entschuldigung? Also ich würde mir nochmals gerne auf die Frage zurückgehen. Also ist es so, dass Deutschland jetzt bereit ist zu sagen, wir verzichten auf die Gase? Das ist mir neu. Und zweitens, also das eine ist die direkte Gasabhängigkeit der Schweiz. Aber ich meine, wenn Deutschland... Das spüren wir dann extrem. Da gibt es eine Wahnsinnsrezession in Europa. Und das hat dann nichts mit der EU zu tun. Das ist einfach katastrophal. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht am Horizont, dass Deutschland sagt, ja, ja, da sind wir vorbereitet. Also einen Österreicher danach zu fragen, wie Deutschland sich positioniert, birgt immer gewisse Risiken. Sie haben gesagt, in der Schweiz. Sie haben gesagt, die EU macht das jetzt. Ja, ja, ganz klar. Dann sagen Sie natürlich auch, Deutschland ist dabei. Die Frage ist auch völlig berechtigt. Und ich will mit Ihnen teilen. Und ich bin dankbar, dass wir das jetzt so diskutieren können, dass wir hier gewissermaßen während der Operation am offenen Herzen über die Operation und ihren Verlauf sprechen. Und das ist auch gut. Das macht auch die Meinungsfreiheit aus. In Europa, die wir ja gerade verteidigen, unter anderem mit diesen Mitteln. Wir erleben, dass das Europäische Parlament, wie sehr oft übrigens, sehr weitgehende, man kann auch sagen, visionäre Beschlüsse trifft, so wie das auch heute der Fall war. Und dass dann bei den mitgliedsstaatlichen Regierungen im Rat der 27 vieles auf Herz und Nieren geprüft wird, auf Praktikabilität und dann in der einen oder anderen Form umgesetzt wird. Wir erleben, dass neben Serbien, der einzige europäische Staat, der schon bisher nicht an den Sanktionen teilnimmt, als einziger Mitgliedsstaat derzeit Ungarn wirklich Töne hören lässt, die mir große Sorgen bereiten. Und wir erleben ganz praktisch, das ist ja keine ideologische Frage, wir erleben ganz praktisch, dass manche Staaten, dazu zählen Deutschland, Österreich, Ungarn und bis zu einem gewissen Grad die Slowakei, innerhalb der EU, besondere Abhängigkeiten von russischen Rohstoffen haben und dass die daher in dieser praktischen Umsetzung die größten Herausforderungen haben, Solidarität suchen der anderen Mitgliedsstaaten, um die Herausforderung zu bewältigen. Aber worüber wir diskutieren und verhandeln, ist nicht das Ob, sondern das ist das Wie. Und das ist es, was Sie sehr, sehr spannend in den vergangenen Tagen erlebt haben und sicher in den kommenden Tagen auch weitererläsern. Also ich will noch kurz etwas erwähnen. Ich glaube, Sie haben ein Recht mit der Rezession und so weiter. Aber eine Sanktion wirkt eigentlich nur, wenn man sie sofort ergreift. Dann kann man sie auch wieder aufheben. Wenn man darüber langfristig diskutieren will, dann muss man sie nicht treffen. Dann muss man auch ehrlich sein. Hätte damals, als der Krieg begann, wir vermutlich die Energie abgestellt, wäre der Krieg heute fertig. Das wäre so meine These. Und dann kannst du Gas auch wieder beziehen. Das ist ja kein Problem. Ja, ist eine These. Aber ich glaube, man hätte die versuchen müssen. Dann kann man Energie auch wieder beziehen. Das ist ja nicht ein Problem. Wir müssen ja nicht zu feucht moralisieren. Wir beziehen ja von Katar und von Saudi-Arabien auch nicht von 100% moralisch korrekten Ländern die Energie. Aber ich glaube, eine Sanktion hat nur einen Sinn, wenn sie plötzlich kommt. Aber wenn sie demokratisch diskutiert, ist jetzt die Gegenseite vorbereitet auf das. Und die Wirkung ist gleich null. Und das Einzige, was passiert, ist ein höherer Preis der Stadtbinder. Und er verdient noch mehr Geld. Darf ich ganz kurz, Entschuldigung, Herr Mandl, Bundesrat Pamela, wir haben es gehört. Also als der Bundesrat die Sanktion zuerst nicht gerade ergriff, kam er die Kritik, man sei zu zögerlich. Herr Noser formuliert die gleiche Kritik ein bisschen anders und sagt, wäre man viel weniger zögerlich gewesen, hätte man das Gas abgestellt, wäre der Krieg vorbei. Der Bundesrat macht keine These, er macht Realpolitik. Das ist das Wichtigste. Wir arbeiten für das allgemeine Interesse. Und die Situation ist sehr spannend. Wir wollen sehen, was natürlich die EU machen will. Aber ich zweifle, der Bundesrat zweifelt, dass wenn plötzlich ein Abbruch kommt, eine Kettereaktion kommt, dass in Europa eine Katastrophe kommt. Man muss real und pragmatisch das sehen. Kurzfristig. Eine wirtschaftliche Katastrophe. Langfristig ist etwas anders. Aber noch einmal, der Bundesrat regelmäßig analysiert die Situation. Er ist in Kontakt auch mit verschiedenen Ländern. Wir sind auch in der Schweiz abhängig von fast alles. Wir haben Pflichtlager, natürlich für gewisse strategische Rohstoffe. Aber Gas haben wir nichts, muss man klar sagen. Und das ist auch nützlich, um Elektrizität zu produzieren, auch in Deutschland. Und das muss man global sehen. Aber ich will nicht sagen, was die EU machen muss. Hier in der Schweiz müssen wir arbeiten und sehen und die Situation sehr nah beobachten und versuchen, die Schaden zu minimieren. Und am Ende die Frage ist, welche Effekte haben die Sanktionen, nicht nur in der Schweiz, in der EU, aber international. Und wenn ich nur das Beispiel treffe wegen Nährungsmitteln, was passiert jetzt? Und der UNO-Generalsekretär hat recht. Wir vorbereiten eine riesige Hungerkatastrophe in Nordafrika, in Nahost. Und nachher, was passiert, wenn wir neue Flüchtlinge, Strome in Europa, wenn sie diese kommen? Das muss man ein bisschen auch überlegen. Ich habe mit Frau und Kotzi, die neue Generaldirektorin von WTO in Genf diskutiert. Und ich habe gesagt, das wäre vielleicht auch nützlich. Wir sprechen viel von humanitären Korridoren. Aber für die Schiffe, die Weizen liefern in Nordafrika, das wäre auch vielleicht etwas, um zu überlegen. Wie organisiert man das? Sonst glaube ich, dass UNO-Generalsekretär Guterres recht hat. Leider, leider, muss ich sagen. Wenn wir diese Sanktionen allzu hart ergreifen, danke, Herr Bundesrat, hätten wir nicht nur eine wirtschaftliche Katastrophe, sondern auch eine Hungerkatastrophe und eine Flüchtlingskrise, welche jene aus der Ukraine verblassen lassen würde, Herr Routinoso. Also ich teile diese Einschätzung. Ich sage auch, Sanktionen sind nicht etwas, was sie über Jahrzehnte aufrechterhalten können. Sanktionen ist etwas, was nützt, wenn es plötzlich kommt und im System einen Schock gibt auf der anderen Seite und vielleicht auch etwas auf unserer Seite. Weil man aber weiss, dass sie wieder aufgehoben werden, wenn der Anlass der Sanktionen behoben ist. Das müsste man natürlich mitbehalten. Und wie länger wir diskutieren, desto schwieriger wird das. Gehe ich davon aus. Weil Sie haben ja die Beispiele gebracht, wir können es uns gar nicht leisten, dass das ein langer Krieg bleibt. Das müssen wir uns mal in die Augen schauen. Das kann man sich nicht leisten. Wenn das einen mehrjährigen Krieg gibt, das kann sich Europa nicht leisten, das kann sich Russland nicht leisten, das kann sich auch Afrika nicht leisten. Das ist die Problematik, wo wir drinstecken. Also entweder haben wir ein schnelles Mittel, wo man schnell etwas tun kann und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir auch ohne das Mittel zu ergreifen eine Rezession und eine Krise. Oder darf ich sagen, das Mittel ergreifen wäre immer noch die bessere Option, als es nicht zu versuchen. Hans-Jörg Fertsch, bitte. Ja, vielleicht auch noch eine Information dazu. Ich bin selber auch über Brüssel involviert in die Fragestellung der Ernährung. Das Hauptproblem ist nicht, dass Ukraine nicht ansehen kann. Die säen an, also das Land, die grossen Flächen sind unversehrt, die Maschinen arbeiten. Das Hauptproblem ist, dass die Russen jetzt in den Süden gezogen sind, um alle Seehäfen zu schliessen. Und das sind Mengen, das sind etwa 60 Millionen Tonnen im Jahr, 120 Milliarden Einnahmen für die Ukraine, die damit abgeklemmt werden. Und die kriegen wir nicht auf dem Landweg raus. Wir haben versucht, Analysen zu machen. Wir kriegen vielleicht 10 bis 20 Prozent dieser Volumen auf dem Landweg aus der Ukraine raus. Und das führt dazu, dass sie dann eigentlich keine Silokapazitäten haben, um die neue Ernte, die ab Mitte Jahr kommt, wieder einlagern zu können. Also die Schweiz könnte hier möglicherweise schneller als Brüssel. Ich weiss es nicht, aber sicher gemeinsam mit Brüssel im Sinne der humanitären Hilfe versuchen hier etwas auf die Beine zu stellen, generalstabsmäßig, um Schiffskapazität dahin zu bringen, wo man auch mit Zügen hinfahren kann, um diese logistische Problemlösung zu machen. Dann können sie auch die neue Ernte dann in die Silos reintun und sonst verfallt die einfach. Und mit jedem Monat, wo der Krieg weitergeht, steigen diese Risiken. Genau, man muss alles daran setzen, den Krieg zu beenden. Und man kann nicht einfach nur irgendwelche Sanktionen ergreifen, die nicht wehtun. Die tun an der anderen Seite auch nicht weh. Dann könnte man die auch belassen, meiner Ansicht. Es muss der Krieg beendet werden, und zwar schnell. Es gibt auch noch die Düngerproblematik, die könnte man auch noch ansprechen. Ungefähr 30 bis 40 Prozent des Düngers wird in Russland produziert. Der kommt jetzt auch nicht raus. Und wenn Sie wissen, wir besprechen jetzt das CO2-Problem, den Klimawandel als grosses Problem. Wenn Sie in die Geschichte gehen, da war um die Jahrhundertwende, war das Düngerproblem genau das gleiche Problem diskutiert worden, wie heute die Klimaerwärmung diskutiert. Man sagt, die Menschen können wir nicht ernähren. Und dann hat man das Düngerproblem lösen können. Ich möchte nicht auf die Detail eingehen. Aber jetzt fällt der Dünger raus. Sie müssen mal überlegen, was das dann bedeutet. Das können Sie auch in der Schweiz keine Anbauschlacht machen. Das ist dann die Folge davon. Das heisst, wir müssen diesen Krieg beenden. Das ist im Urinteresse der Schweiz und der Europäer. Und wir müssen alles tun, um ihn zu beenden. Herzlichen Dank, Rodinoso. Tiana Mosso, und dann bitte Ihre Fragen aus dem Saal. Also schlussendlich, natürlich müssen wir diesen Krieg beenden. Aber wenn es so einfach wäre, dann hätte man es auch schon getan. Also ich finde diese Aussage, leer im Raum, ist etwas schwierig. Weil ich glaube, niemand will nicht diesen Krieg beenden. Außer natürlich Putin, der seine Ziele erreichen will. Und ich habe schon auch, also ich finde es auch einfach, mit dem Finger jetzt auf Deutschland zu zeigen und zu sagen, ihr habt alles falsch gemacht in der Vergangenheit. Also wenn wir eine Rezession haben in Europa, gibt es Verschiebungen der Kräfteverhältnisse, wo wir alle fundamental darunter leiden werden. Also diese Güterabwägung, was ist die Konsequenz des Handelns, auch in den europäischen Ländern. Das muss einfach sehr achtsam gemacht werden. Und also die Folgen sind verheerend. Wir haben jetzt über die Hungerkrise gesprochen. Ich meine auch in der Flüchtlingskrise, die Ukrainerinnen und Ukrainer, das sind 44 Millionen Menschen. Momentan kommen die Frauen und die Kinder. Also ich weiss nicht, ob diese Leute da bleiben wollen, wenn Putin erfolgreich war. Also das müssen wir alles uns vor Augen führen. Aber den Krieg beenden, ich glaube, das wollen wir alle. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Und die grosse Frage ist vielleicht auch, welche Konzessionen ist man bereit zu machen? Wir da hin. Und die grosse Frage ist vielleicht auch, welche Konzessionen ist man bereit zu machen, an Wladimir Putin um den Krieg zu beenden? Das ist doch die Frage. Erich Nussbaum, Sie lachen. Nein. Fragen aus dem Publikum. Es ist sicherlich nicht an uns, der Ukraine vorzuschreiben, welche Gebiete sie abgeben soll. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich habe das Mikrofon. Ah, bitte. Verzeihung. So, ich wundere mich, dass in der öffentlichen Diskussion der militärische Aspekt so untergeht. Weil wenn wir den Krieg rasch beenden wollen, dann müssen wir Putin eine militärische Niederlage beenden. Ja, klar. Und die Sanktionen, die wirken, aber die wirken nicht rasch. Weil die unterliegen diesem demokratischen Prozess. Und wenn wir im Herbst soweit sein sollten, dass wir das Gas abdrehen können, dann konnten sich die bereits darauf einstellen und haben alternative Quellen gefunden, wo sie das verkaufen können. Aber was völlig untergeht in der öffentlichen Diskussion, ist, dass die Ukrainer Panzer und Flugzeuge brauchen. Wenn die Ukraine nicht hergehen kann und zum Gegnerangriff übergehen kann auf ihrem eigenen Territorium, dann wird es kein Ende des Krieges geben. Und hier ist extrem wenig Druck von der Öffentlichkeit gekommen, interessanterweise. Wir diskutieren ständig in den politischen Prozessen über Gas und all die Sachen, wo die... Wir müssen reden über Flugzeuge und Panzer. Ja, genau. Das ist das Wichtige. Ja. Also man muss denen die Möglichkeit geben, ihr Land zu verteidigen. Das ist das, was zusätzlich zu den Sanktionen... Wenn man nur Sanktionen greift, dann bringt das eigentlich nichts. Man muss beides tun. Die Europäer haben nicht viel zu liefern. Das ist der Grund, warum wir nicht darüber reden. Es ist im Wesentlichen... Großbritannien und Amerika, die können liefern. Deshalb die öffentliche Diskussion in Europa ist deswegen so auf die... Aber ich bin völlig einverstanden mit den Sanktionen. Das ist... Ich glaube, die jetzigen Sanktionen, das ist auch sehr umstrittend, ob die überhaupt wirken. Aber ich möchte den Ball gerne aufnehmen. Den militärischen Ball. Die Frage... Darf ich das sagen? Bitte? Und ob der Krieg dann nicht erst recht eskaliert, das wissen wir auch nicht. Natürlich kann man dann vielleicht Russland zurückdrängen, aber dann wird vielleicht erst recht ein größerer Konflikt ausbrechen. Russland nicht in die Schranken weisen können, wenn man die Schranken zeigt. Ja, aber kann man Russland militärisch in die Schranken weisen? Das ist schwierig. Man wird Russland nicht in die Schranken weisen können, sagten Sie, und das Mikrofon kommt, wenn man Schwäche zeigt. Das Mikrofon kommt. Ja, ich habe dem nichts zuzufügen. Das ist so. Das ist so. Ich meine, das hat auch der erste Vortrag heute gezeigt. Wenn man Schwäche zeigt, dann wird das ausgenutzt. Das wird der Kollege aus dem Europaparlament bestätigen können. Die Balten, die Polen, die Tschechen und die Slowaken, die sagen klar und deutlich, wenn man mit den Parlamentariern spricht, wenn Putin hier nur etwas gewinnt, dann wird es weitergehen. Das heisst, er darf nicht gewinnen. Aber der wille, sehe ich jetzt nicht europamässig, dass man das nicht will, sondern man sucht immer noch irgendwie durchzukommen, irgendwie durchzuwursteln. Also ich habe jetzt eine Zeit lang sehr aufmerksam zugehört. Und ich bin überrascht, ehrlich gesagt. Es ist beispiellos. Es ist eine beispiellose Einigkeit Europas, eigentlich der ganzen freien Welt. Es sind beispiellose Sanktionen. Es ist das fünfte Sanktionspaket vor der Tür stehenden. Es wird bei weitem nicht das letzte sein. Es ist selbstverständlich die militärische Dimension auf die Ukraine beschränkt. Und hoffentlich bleibt das so. Aber auch das wissen wir nicht. Sehr relevant. Und nein, wenn ich das so direkt sagen darf, ich bin bei denen, die glauben, es ist nicht die Zeit, Konzessionen zu machen gegenüber dem Kreml. Sondern es ist die Zeit, dieses Kreml-Regime zu überwinden. Und zwar nicht in eine bestimmte Richtung, weil so denken wir nicht. Das ist nicht der Stand unserer Zivilisation, sondern in Richtung Demokratie und Rechtsstaat. Und wir dürfen nicht vergessen, einer der Gründe dafür, dass dem Kreml die Ukraine ein Dorn im Auge war, war, dass das ein post-sovjetischer Flächenstaat ist, der einzige in dieser Größe, der Demokratie und Rechtsstaat geschafft hat und auf dem besten Weg in die freie Welt war. Und das war dem Kreml ein Dorn im Auge, einer von vielen Kriegsgründen, einer von vielen Rationalitäten in dieser großen Irrationalität des Krieges. Darf ich hier gleich einhängen, Herr Mandl, denn genau eine solche Frage wird virtuell gestellt aus dem Publikum an Sie gerichtet. Wann wird die Ukraine in die EU aufgenommen? Vor oder nach Albanien und Mazedonien? Also genau die konkrete Frage. Reicht man jetzt diesem Land, das seine Verteidigung mit Waffen schaffen muss? Reicht man ihm wirtschaftlich die Hand? Also müsste ich kurz darauf antworten und so direkt wie gefragt wurde, würde ich einfach sagen, danach. Das wäre meine Prognose und ehrlich gesagt auch mein realistischer politischer Zugang. Warum? Um das in aller Klarheit zu sagen, weil es nicht ganz unser Thema heute ist, aber die sechs Westbalkanstaaten arbeiten seit Jahrzehnten, muss man sagen, an der EU-Reife, was auch immer das genau ist. Und die EU hat seit Jahren zumindest verabsäumt, die entsprechenden Schritte zu setzen. Auch etwas, was jetzt ganz dringend nachgeholt werden muss. Der Kandidatenstatus für die Ukraine mag ein technisches Instrument sein, um rechtlich den Hebel zu haben, Mittel dorthin zu schicken. Das will ich mit Ihnen teilen. Das ist eine technische Fragestellung des Kandidatenstatus. Das heißt lange nicht, dass Beitrittsverhandlungen oder dergleichen beginnen. Klar ist, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehört. Klar ist, sorry, dass ich das in Zürich so salopp jetzt sage, dass die weite Vision schon sein muss, dass irgendwann die Europäische Union das gesamte europäische Territorium umfasst. Und klar ist, dass die Ukraine da eine Perspektive braucht. Aber es sind viele Schritte dorthin. Und ich will mit Ihnen auch teilen. Ich habe unter den Bildern, die ich nie vergessen werde, vom Beginn des Krieges in dem Fall, jenes als im Bunker, in Tarnkleidung, der Präsident, der Parlamentspräsident und der Minister eines Staates den EU-Beitrittsantrag unterschreiben. Das gab es vorher nicht. Das gibt es hoffentlich nie wieder. Auch das ist ein Zeichen dieses besonderen Moments, in dem wir uns gerade befinden. Und ich bin ganz bei Ihnen. Wir wissen nicht, ob es die Zeitenwende und der Paradigmenwechsel ist, von dem alle reden. Wenn man mittendrin ist, kann man das nämlich nie hundertprozentig beurteilen. Aber es ist sehr, sehr viel in Bewegung geraten. Und dass dieses Momentum des Eintretens für Freiheit und Frieden eben in die Nachhaltigkeit übergeht und nicht nur ein Strohfeuer bleibt. Das liegt schon an uns allen zusammen. Und ich habe noch gar nicht Gelegenheit gehabt, der Schweiz wirklich Dank auszusprechen dafür, dass nur mit wenigen Tagen Verzögerung die Sanktionen mitgetragen wurden. Das klingt rückblickend selbstverständlich. Das war im Moment gar nicht so selbstverständlich. Und das sind alles Elemente dessen, die mir in diesem Irrsinn auch ein bisschen Hoffnung dafür geben, dass der Weckruf wirklich seine Wirkung nicht verfehlt hat. Herr Bundesrat Palma, Palma versucht ein Mikrofon zu erhalten und ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Herr Palma, bitte. Ja, danke. Nur wegen den Sanktionen. Wir haben vielleicht eine, die sagen, Verzögerung ein bisschen gehabt. Aber die Schweiz wendet die Sanktionen an. Ich wäre sehr interessiert zu sehen, welche, wie die Länder auch in der Europäischen Union, auch auf internationaler Ebene, konkret, nicht nur melden, aber konkret anwenden. Heute haben wir gehört, dass zum Beispiel Niederlande 500 Millionen Euro, glaube ich, blockiert haben. Ich weiss, dass Norwegen fast drei bis vier Wochen brauchte, um konkret, real die Sanktionen zu übernehmen und anzuwenden, nicht nur melden. So, ich möchte einmal, dass die schweizerische Bevölkerung hört, einmal, dass wir das konkret machen. Vielleicht andere Länder machen das nicht so rasch wie uns. Lieber eine kurze Verzögerung am Anfang und nachher eine konsequente Umsetzung, Herr Bundesrat. Tiana Mosel, Sie werden ihm nicht widersprechen. Also, ich wünsche mir beides. Ein schnelles Handeln und eine konsequente Umsetzung. Und ich bin absolut einig mit dem Bundesrat Parmelet, dass wir das auch entsprechend besser kommunizieren und gegen Außen tragen können und uns nicht in die Defensive begeben sollten. Ich möchte noch darauf zurückkommen, wegen der militärischen Dimension. Oder wenn wir sagen, die anderen Länder sollen jetzt entsprechende Panzer- und Abwehrwaffen etc. liefern, dann ist das, finde ich, schon etwas einfacher aus unserer Perspektive, weil wir werden das sicherlich heute und morgen nicht tun. Ich bin Montag, Dienstag war ich in Stockholm und habe Gespräche mit den schwedischen Vertreterinnen und Vertretern geführt. Sie müssen sich mal die Diskussion vor Augen führen, die jetzt in den nordischen Ländern abläuft. Das waren eigentlich selbst definierte, neutrale Länder. Sie haben Neutralität, also Schweden hat die Neutralität anders ausgelegt als wir. Sie haben das als bündnisfreie Haltung ausgelegt, haben aber bereits Waffen geliefert, die zweite Rate, und diskutieren intensiv jetzt über den NATO-Beitritt. Die Finnen sind, das ist ein Beitritt wahrscheinlich mittlerweile relativ wahrscheinlich, und was bei den Schweden passiert, wird in sehr enger Hand passieren, was eben in Finnland passiert. Das ist die aktuelle Diskussion. Und hier zu sitzen und zu sagen, die anderen Länder sollen liefern, ich denke, wir müssen uns überlegen, was ist unsere Rolle in Europa und was ist unsere Beziehung zur NATO in Zukunft. Es gibt weitere Kooperationsmöglichkeiten. Wenn wir einer NATO, werden wir heute und morgen nicht beitreten. Selbstverständlich nicht, weil die Schweiz ein anderes Verständnis hat. Aber diesen Prozess zu führen, was ist unsere Haltung? Und ich stehe da ganz klar ein für mehr Kooperation. Die Welt ist eine andere geworden. Diese Frage müssen wir in der Schweiz beantworten und nicht unbedingt den anderen sagen zuerst, was sie zu tun haben. Sie haben gesagt, die Frage nach dem NATO-Beitritt sei vielleicht the bridge too far. Das haben wir auch gefunden und haben Sie darum in der letzten Mentimeter-Frage, die Sie jetzt wieder auf Ihrem Mobile anwählen können, ein bisschen anders formuliert. Stimmen Sie zu. Die Mitgliedschaft in einem Verteidigungsbündnis würde uns mehr Sicherheit bringen als die Beibehaltung der Neutralität. Neutralität. Ja oder nein? Und mittlerweile würde ich den Herrn in der vierten Reihe auf der linken Seite des Saals bitten, seine Frage zu stellen. Sie haben das Mikrofon und damit das Wort versprochen erhalten. Ich möchte mich bei Herrn Bertschi bedanken, dass er uns hier über die ganze Getreideexport-Problematik informiert hat. Ich glaube, das war sehr wertvoll. Der Grund, weshalb die Ukraine kein Getreide exportieren kann, ist die russische Seeblockade der Heben. Odessa ist ein voll funktionsfähiger Haben. Die einzige militärische Organisation, die diese Seeblockade brechen kann, ist die NATO. Und ich glaube, das wird vielleicht die NATO früher oder später zwingen, hier aktiv zu werden. Wie sehen Sie das im Podium? Das ist, glaube ich, eine Frage, die die grösste Sprengkraft birgt. Tobias Straumann. Keine Ahnung. Das ist wahnsinnig schwierig zu beantworten. Wir werden ja gar keine andere Chance haben, als dass dieses Getreide irgendwie nach Ägypten kommen soll oder zu anderen Ländern. Weil das hat ja Diana Mose vorhin auch aufgegriffen. Das gibt ja dann noch ganz andere Probleme. Und das hat auch der Bundesrat sehr gut gesagt. Es gibt ja noch ganz andere Probleme, wenn der Brotpreis in Ägypten sich um einen Faktor 3 oder 4 steigert. Und darum glaube ich, es ist Zeit, eigentlich Klartext zu sprechen. Einerseits bin ich auch der Ansicht, man soll die Ukraine, muss selbst verhandeln mit Russland, was zu tun ist. Aber die internationale Blockade, die jetzt stattfinden, die müssen aufgehoben werden. Das geht anders gar nicht. Dünger und Getreide, beides muss dort raus. Also Dünger mehr aus dem russischen Hafen, oder? Im Prinzip. Und Getreide, das muss eigentlich zur Verfügung stehen. Sonst werden wir ganz grosse Probleme haben. Und ich bin der Ansicht, dass man hier auch viel klarer wirklich muss versuchen, mit diesen Positionen zu sprechen und das auch beim Namen nennen. Herzlichen Dank, Herr Noser. Wir sind uns einig geworden, dass wir nicht von einer Zeitenwende sprechen, weil man das halt meist erst mit ein bisschen Zeitabstand weiss. Und trotzdem, wenn ich mir dieses Umfrageergebnis ansehe, vielleicht können wir es auch auf den grossen Bildschirmen zeigen, das ist schon bemerkenswert. 46 Prozent dieses Saals und der digitalen Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, 46 Prozent, eher oder sehr seien sie einverstanden, dass die Mitgliedschaft bei einem Verteidigungsbündnis nützlich wäre, die Sicherheit der Schweiz stärken würde. Ich glaube, das hätten auch Sie, Herr Altbundesrat Fehliger, nicht erwartet. Wenn ich ein Mikrofon für Sie bitten darf. Ich glaubte eigentlich, dass ich hier ein unschuldiger Gast sein darf. Nein, nein, habe ich natürlich nicht erwartet. Meine Meinung war ja auch nicht ein Anschluss an ein Verteidigungsbündnis, sondern eine Art Assoziation, wo vertraglich ganz genau festgelegt wird, in welchen Fällen man wem hilft und wo nicht. Und das würde auch unsere, eine differenzielle Neutralität natürlich sehr berechenbar machen. Oder weil man dann weiß, wie die Schweiz in welchem Fall reagiert. Aber das braucht wahrscheinlich eine vertiefte Diskussion und eine Waffenlieferung, zum Beispiel, statt dass wir die Panzerhaubitzen, ne, unter neuen Verschrotten, jetzt da nach oben geben, bevor Sie dann mit den neuen Krediten, die Sie jetzt im Parlament offenbar beschließen wollen, wieder auferstehen. Aber gehen wir mal davon aus, die können wir nach unserem heutigen Neutralitätsrecht schlicht, könnten wir das nicht machen. Ich darf, wenn es hier ein österreichischer Politiker unter uns gibt, darf ich vielleicht noch eine Anekdote erzählen. Herr Mandl, Sie verzeihen mir das. Ich war frisch Verteidigungsministerin, mein Homologe in Österreich war ÖVP, ein Herr Fasselabend. Und bei uns hat dann ein Staatssekretär Reiterer, hieß der, wenn ich mich richtig erinnere, einen Besuch gemacht beim Direktor der Militärverwaltung. Und damals haben die ÖVP und die SPÖ sehr gestritten, wie das eigentlich mit der Neutralität sei. Die SPÖ wollte sich, glaube ich, ganz orthodox behalten und die ÖVP eher lösen. Und dann habe ich den Herrn Reiterer, Staatssekretär, gesagt, Herr Staatssekretär, wie halten Sie es jetzt eigentlich mit der Neutralität in Österreich? Und da hat er gesagt, ja, Herr Bundesrat, ich will Ihnen jetzt wirklich sagen, wie es ist. Was immer wir tun, wir nennen es neutral. Und dem ist jetzt nicht mehr viel anzufügen. Herr Altbundesrat, Herr Bundesrat, wir sind auch bald soweit. Herzlichen Dank für diese sehr angeregte Saaldiskussion mit Ihnen. Sehr verehrte Gäste auf dem Podium, mit Ihnen im Saal. Danke auch den Gästen vom ersten Podium. Wir gehen über zu einem kurzen Apero. Und nachher, das ist, glaube ich, eine Weltneuheit, nachher kommt das Hauptereignis. Nachher kommt die Keynote von Bundesrat Guy Pamela. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke fürs Mitdiskutieren. Ich freue mich auf ein weiteres Mal. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mein Fazit dazu ist eindeutig. Angesichts der engen wirtschaftlichen Verknüpfung mit der EU bleibt eine regulatorische Angleichung in unserem Interesse. Mit der zunehmenden Blockbildung auf globaler Ebene ist eine rasche Klärung unerlässlich. Zudem müssen wir auch die breite internationale Diversifierung des Schweizer Handels über die EU hinaus unbedingt fördern. Zum Beispiel mit den Freihandelsabkommen. Wie Sie sehen, sind die Herausforderungen der Schweizer Außenwirtschaftspolitik vielfältig. Gerne verweise ich an dieser Stelle auf die kürzlich publizierte Außenwirtschaftsstrategie. Lassen Sie mich noch kurz etwas zum Schweizer Forschungs- und Innovationsplatz sagen. Ich darf mit Stolz sagen, er ist anpassungsfähig, er ist thematisch vielfältig abgestützt und seine öffentlich finanzierten und privaten Akteure sind eine treibende Kraft in unserem Wirtschaftssystem. Die Rolle, welche Wissenschaft und Technologie für unser kleines Land spielen, ist gesamtwirtschaftlich betrachtet tatsächlich bedeutend. Die Schweiz gehört mit einem Forschungs- und Entwicklungsanteil von rund 3,2% des Bruttoinlandsprodukts zu den weltweit Forschungsaktivistenstaaten. Zu diesem relativen hohen Wert trägt die Schweizer Privatwirtschaft zu gut 70% bzw. mit jährlich rund 16 Milliarden Franken in besonderem Masse bei. Gemäß Angaben des Bundesamtes für Statistik sind heute hierzulande 42% aller Erwerbstätigen in der einen oder anderen Funktion im Bereich Wissenschaft und Technologie tätig. Auch das ist ein internationaler Spitzenwert. Bedeutende Investitionen und eine Vielzahl von Akteuren sind das eine, geeignete Rahmenbedingungen das andere. Der Bund und die staatlichen Institutionen auf allen politischen Ebenen sorgen dafür, dass exzellente Forschung und erfolgreiche Innovationen entstehen können. Dafür hat der Bund verschiedene Förderinstrumente, die auf Exzellenz, Wettbewerb und hohe Autonomie der Forschenden ausgerichtet sind. Diese Rahmenbedingungen sind grundlegend dafür, dass neben den beiden ETH, den Universitäten und den Fachhochschulen, auch private Unternehmen von Start-ups bis hin zu internationalen Firmen Forschung und Innovation betreiben. Dabei ist das UBS-Center ein gutes Beispiel dafür, wie gewinnbringend die Zusammenarbeit in Form von Public-Private Partnerships ist. Ein paar Worte noch zur internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich. Die Assoziierung der Schweiz an das Horizon-Paket der EU ist ein dezidiertes Ziel des Bundesrates. Die EU stellt die Frage einer Assoziierung derzeit in den Kontext der Gesamtbeziehungen Schweiz-EU. Aus meiner Sicht hilft das der Erreichung des gemeinsamen Ziels, einen weltweit wettbewerbsfähigen europäischen Forschungs- und Innovationsraum zu schaffen, naturgemäß nicht. Wir sind in der aktuellen Situation nicht untätig, sondern bieten unseren Forschenden Übergangsmaßnahmen an. Gleichzeitig arbeiten wir an Ergänzungs- und Ersatzmaßnahmen, um den Schweizer Forschungs- und Innovationsstand langfristig zu stärken. Meine Damen und Herren, niemand kann zurzeit voraussagen, wie sich die Geschichte entwickelt. Ich bin jedoch der Meinung, dass die besten Rezepte, die bewertet sind. Die Wirtschaft ist keine experimentelle Wissenschaft. Sie beruht auf universellen Prinzipien. In deren Mittelpunkt steht der Mensch mit all seinen besten Eigenschaften, aber auch seinen schlimmsten. Angst ist in diesem Fall ein schlechter Berater. Als geborener Optimist glaube ich deshalb nach wie vor, dass schlussendlich die positiven Eigenschaften gewinnen werden. Deshalb wage ich auch die Aussage, der Wirtschaftsstandort Schweiz ist als Erfolgsmodell nicht in Gefahr. Er ist bloß ein Erfolgsmodell inmitten von Gefahren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin bereit, einige Fragen zu beantworten. Herr Bundesrat, vielen herzlichen Dank dafür. Ich sehe schon sehr viele Fragen, sind schon auf meinem Tool hereingekommen. Ich lade Sie weiterhin ein, diese Fragen auch zu stellen. Sie können natürlich auch weiterhin oldschool Ihre Hand heben. Herr Bundesrat Pamela, wenn ich anfangen darf mit Feedback, was wir heute bekommen haben, auf einem der Panel, aber auch wenn man die NZZ liest. Es fehlt die klare gemeinsame Haltung des Bundesrats auf beiden Fronten. Sowohl in Bezug auf Europa, das Front der weiteren Diskussion, aber auch bezüglich des momentanen geopolitischen Konfliktes. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Nein, ich bin nicht einverstanden. Der Bundesrat hat jetzt, wenn Sie Europa-Dossier mitnehmen, hat seine Position geschickt zum Brüssel. Das war ein Worte von der EU-Kommission. Jetzt sind, wie ich gesagt habe, Sondierungsgespräche. Und dann muss man sehen, ob wir einen Weg finden können. Auf internationaler Ebene, wegen des Krieges, das war natürlich schwieriger am Anfang. Viele Länder, nicht nur die Schweiz, waren überrascht. Und denke ich, dass der Bundesrat relativ rasch reagiert hat, gewisse Sanktionen sich positioniert hat, gewisse Sanktionen der EU übernommen hat und konkret angewandt hat. So, die Kritik ist leicht, die Realität ist anders. Trotzdem, diese Woche hat sich der Bundesrat nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Es gibt da Diskussionen bezüglich des Vokabulars, crime de guerre oder nicht. Ich muss Sie ganz ehrlich fragen, es ist the elephant in the room. Wie stehen Sie dazu? Ja, was wir sehen, das ist, sagt man auf Französisch, des atrocités, ich weiß nicht, wie auf Deutsch sagt man. Die Gräueltaten, ja. Ja, das ist inakzeptabel. Das muss klar, wie sagt man, condamniert? Verurteilt werden. Verurteilt werden. Und jetzt, das Dringlichste ist, dass dieser Krieg und mehrere Personen vorher haben das gesagt, dass es sofort, so schnell wie möglich stoppt. Das ist eine Katastrophe für Ukraine, für Russland, für das ganze Europa, für die Welt. Und wenn wir nicht das, dieses Ziel nicht erreichen können, dann haben wir wahrscheinlich eine Kette, Reaktion und Folgen, die man heute nicht beurteilen kann. Aber sicher sehr schlimm und lange. Sie haben das Wort nun auch nicht in den Mund genommen. Wie Sie genau dazu stehen, vielleicht hängt das auch damit zusammen, zum Beispiel auf europäischer Ebene, gibt es da vielleicht einen gewissen Automatismus, dass weitere Sanktionen auf jeden Fall erlegt werden müssen. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass man sich noch nicht sicher ist, wie der weitere Verlauf ist der Sanktionen? Nein, mit der Sanktionen, das ist klar. Wir sind ein Rechtsstaat. Wir haben das Anbaro-Gesetz, das klar sagt, wie man handeln muss. Zuerst, wenn es Sanktionen von UNO oder OSCD, muss man das fast automatisch übernehmen. Nachher kann man übernehmen Sanktionen von unseren wichtigsten Partnern. Und das ist die EU jetzt. Und das haben wir entschieden. Das heißt noch nicht, dass wir das automatisch machen. Wir analysieren Fall zu Fall. Aber am Anfang übernehmen wir das und nachher wollen wir das sehen. Ich nehme als Beispiel das nächste Paket, das bald kommt. Wahrscheinlich das fünfte Paket. Wahrscheinlich will die EU die Hafen blockieren für russische Schiffe. In der Schweiz haben wir Hafen. Im Genfersee vielleicht Evian, aber ich sehe kein russisches J auf Genfersee. Nur solche Sachen. Das heißt, wir nehmen das, wir analysieren. Wir sehen vielleicht hier, haben wir etwas Falsches in Konsequenzen. Das kann man machen. Die Listen von Personen. Das können Sie ja eigenhändig machen. Das ist meine Kompetenz. Natürlich, sobald wir die Listen haben. Ich sage, ich mache das nicht einleitend. Es ist immer eine Ämterkonsultation. Also alle Departements sehen. Aber Sie haben die Autorität dazu. Dann geht es schnell. Eigenständige Sanktionen aufzuerlegen, dazu sind Sie nicht bereit. Die Rufe werden immer lauter. Entschuldigung. Eigenständige Sanktionen nicht in Kooperation mit der EU aufzuerlegen, dazu sind Sie nicht bereit. Nein, noch einmal. Wir gehören nicht zur EU. Wir haben ein anderes Recht. Sobald wir die Texte, offizielle Texte, das ist manchmal Vokabulär oder Wortschatz ändert, das muss man sorgfältig analysieren. Wir müssen auch Unsicherheit für unsere Wirtschaft, für die Personen, die die Sanktionen anwenden müssen. Das ist auch wichtig, das zu verstehen. Und ich muss noch einmal klar sagen, wir haben das übernommen, analysiert, angewandt, und wir sind sehr rasch. Ich bin überrascht, wie lange gewisse Länder, nicht nur in Europa, das machen, aber andere Länder. Ja, sie können die Liste machen, weltweit. Man sieht, auch NATO-Länder machen das nicht. Ich möchte nun zu Publikumsfragen übergehen. Gibt es direkt dem Publikum eine Frage? Hier vorne. Mein Name ist Gerhard Frey. Ich möchte Sie fragen, Herr Parmalin, ob Sie davon ausgehen, dass es eine andere Zusammensetzung des Bundesrates braucht, damit es im Europa-Dossier weitergeht, auf konstruktive Art und Weise. Das Europa-Dossier gehört zum Gesamtbundesrat. Wir haben einen Ausschuss, ich sage immer, Ausschuss Europa, das ist für ausländische Affäre. In diesem Ausschuss Europa gehören Bundespräsident Kassiz, Eda, Justizdepartement von Frau Keles-Souter und mein Departement. Aber am Ende, das ist, wir diskutieren, wir analysieren hier und nachher die Diskussion läuft im Bundesrat und dann entscheidet der Bundesrat. Das ist immer Entscheidungen des Gesamtbundesrats. Wenn ich da kurz noch nachhaken darf, ist vielleicht in solch einer geopolitischen Krise, wo man extrem schnell handeln muss, das Schweizer Modell vielleicht etwas umständlich. Natürlich kann man das nicht von heute auf morgen ändern, aber ein Kriegspräsident wie Herr Macron konnte sehr schnell reagieren. Auch Boris Johnson in UK konnte sehr schnell reagieren und konnte sich so profilieren. Ist das vielleicht in solch einer Krise eine Schwäche? Das ist eine schwierige Frage. Wir sind ein Rechtsstaat, wir haben auch das Parlament. Wir haben, wenn nötig, wir können durch Notrecht arbeiten. Das haben wir gemacht, zum Beispiel während der Covid-Krise. Ich denke, das Modell funktioniert. Wir müssen natürlich die Kantone, gewisse Kreise konsultieren. Aber am Ende, unsere Positionen sind konsolidiert. Es braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber denke ich, das Modell funktioniert. Ja, ich kann feststellen, das ist keine Kritik, das ist eine Feststellung, das viele in anderen Ländern melden, nachher in Französisch man sagt, suivez-moi, l'intendance suivra, aber manchmal l'intendance ne suit pas. Gibt es noch eine Frage direkt hier vorne? Ja, was Sie gesagt haben, dass die Schweiz zuerst überlegt, bevor sie die EU-Maßnahmen, Sanktionen anwendet. Ich denke an die Signalwirkung, weil was Sie gesagt haben, ja, dass man nicht auf dem Genfersee, da mit den Schiffen, das hat keinen Sinn, das muss man gar nicht übersetzen, oder? Die Signalwirkung gegenüber Europa, Ukraine, die Schweiz macht mit, einfach ohne zu überlegen, die kleinen Details von Genfersee und so weiter vergessen wir. Was halten Sie davon? Wieso müssen Sie jetzt immer so vorsichtig sein? Nein, der Bundesrat hat jetzt klar gesagt, wir übernehmen die Sanktionen. Und nachher, wenn wir die Verordnungen schreiben müssen, muss man das grundsätzlich, wir sind ein Rechtsstaat, wir haben andere, wie sagt man, andere Richtlinien, nein, das ist eine juristische Grundlage als in Europa, und das ist wichtig, dass wir das sauber machen. Ich habe vielleicht ein schlechtes Beispiel genommen, natürlich, das ist nicht unbedingt nötig, dass man das übernehmen kann oder nicht übernehmen, das ändert nicht. Aber was wichtig ist, das ist, wenn wir eine Entscheidung treffen und dann anwenden, dass die Rechtssicherheit da ist. Und alle anderen Länder machen auch das. Und wir machen das sehr schnell, weil sie lange diskutieren in der EU, dann nachher, sie müssen jede Länder konsultieren und sehen sich einigen und nachher publizieren wir die Texte. Und sobald sie publizieren, kann man arbeiten. Wir versuchen auch, das zu antizipieren, wir wissen, in welche Richtung es geht. Aber am Ende, das ist auch wichtig, das sauber zu machen. Ich bin sicher, wenn wir einmal zu schnell gehen, oder dass wir etwas nicht gut überlegen, dann haben wir die gleiche Kritik. Warum haben sie nicht überlegt, warum sind sie so schnell gegangen? In gewissen Bereichen, zum Beispiel Finanz, waren wir schneller als die EU, zum Beispiel mit Kryptowährungen. Aber das war, weil intern, weil wir arbeiten nicht nur mein Departement, SIF arbeitet, Finanzdepartement, andere Departement, Außendepartement, EJPD arbeiten zusammen. Und das geht relativ schnell. Nachher muss die Bundeskanzlei noch das formal anwenden. Und ich denke, das geht relativ rasch, wenn ich noch andere Länder sehe. Machen wir weiter mit einer Frage vom Tool, was Sie angesprochen haben, extrem wichtig für das Publikum hier. Wo steht die Schweiz bezüglich Zugang zu europäischen Forschungsförderprogrammen? Was ist geplant, um Zugang zu erhalten? Sie haben es eben schon angeklungen. Es gibt die Ausgleichsmaßnahmen, es gibt die Garantien. Dazu möchte ich eine Studie von Avenir Suisse zuziehen. 88 Prozent der Befragten sagen, dass die Garantien vom SFBI als nicht äquivalent gelten. Bringen die überhaupt etwas? Was wir machen jetzt, das ist, man muss sehen, das ist eine politische Entscheidung der Europäischen Union. Weil das ist kein Marktzugang, das ist so, muss man das akzeptieren. Und jetzt versuchen wir, mit EU wieder die Situation zu deblockieren. Inzwischen versuchen wir durch transitorische Maßnahmen Direktfinanzierung zu gewissen Bereichen, Unternehmen. Wir arbeiten an Ergänzungsmaßnahmen und das Parlament hat uns geholfen. Herr Stenderhard-Noserwache hatte die Idee, Artikel 19 Absatz 3 oder 4, ich nehme ich nicht, dieses Gesetz zu ändern. Das erlaubt uns, schneller noch konkrete, direkte Maßnahmen zu haben. Die Referendumfrist ist morgen oder heute Abend und Mitternacht. Dann kann man am 15. April dieses Artikel anwenden und der Rest des Gesetzes ist Anfang nächstes Jahres. Aber das machen wir, das ist nicht optimal, das ist klar. Aber zum Beispiel haben wir verschiedene Instrumente, wie die sogenannten ERC, Different Grants, durch Schweizer Nationalfonds eingereicht. Wir haben die ersten Resultate, das ist ein großer Erfolg. Wir haben eine starke Nachfrage, durch InnoSuis auch, für Accelerator-Sektor. Aber das vertritt natürlich nicht, eine Voll-Assoziierung. Wir haben zwei Drittel, wo wir teilnehmen können, kein Problem, und den Rest muss man transitorische oder Übergangsmaßnahmen sehen. Jetzt die Frage kommt, bis wann kann man so machen. Das wollen wir sehen, aber nur ein, ich bleibe vorsichtig, nur ein Beispiel. Ich habe mit den drei Botschaftern von nordischen Ländern diskutiert. Man hat mir erklärt, es waren noch 24 oder 27 Projekte vor der Entscheidung, die durch die EU analysiert, geschätzt und, wie sagt man, jugiert wie excellent. Sie waren gut, man kann finanzieren. Und die EU hat klar gesagt, okay, das haben wir den Job gemacht, jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Träger, diese Projekte kommen in die EU, wir finanzieren, oder sie bleiben in der Schweiz und sie finanzieren. Das haben wir gesagt, okay, machen wir das. Und in Schweden, Nationalfonds von Schweden, glaube ich, hat den Universitäten von Schweden gesagt, wenn sie ein von diesem Schweizer Trägerprojekten nach Schweden ziehen können, bekommt die Universität 100.000 Euro. Ich habe gefragt, wie viele sind weg? Null. So muss man bis jetzt vorsichtig bleiben. Das ist keine optimale Situation, Ich wiederhole noch einmal klar, das Ziel des Bundesrates bleibt eine Vollassoziierung. Es wurde ja auch erörtert, dass man sich einkauft. Das wird nicht passieren. Welchen anderen Weg gäbe es, sich schneller wieder assoziieren? Oder muss man wirklich warten, bis diese drei, vier Jahre umgehen? Nein, man muss, das ist keine Frage Geld. Das ist keine Frage Geld. Das ist eine rein politische Frage. Man kann nur die Situation, weil die EU immer sagt, wir wollen die Situation analysieren, mit der Schweiz gesamt, mit allen anderen. Das Gleiche mit Großbritannien. Großbritannien hat geregelt, geschrieben in seinem Vertrag, Freihandelsabkommen, ihre Teilnahme an Horizon Europe. Und wegen Nordirland-Problem, macht die EU einen Stopp und sagt, solange die Situation nicht geregelt ist, das funktioniert auch nicht. Das ist rein politisch. Aber man muss damit leben, arbeiten und versuchen, die Situation zu deblockieren. Sie haben eben gesagt, Sie sind ein Optimist. Sie sagen, man muss damit leben. Ich weiß nicht, wie der Forschungsstandort Schweiz, Zürich damit lebt. Wir haben überall schon gehört, es gibt Schwierigkeiten, Herr Fehr, ich komme gerade zu Ihnen. Vielleicht auch die Frage an Sie, inwiefern sehen Sie schon, dass EU-Universitäten das Talent aus der Schweiz rausholen möchten? Gut, also das sind langfristige Prozesse, die unter Umständen stattfinden. Wenn es so ist, dass es uns nicht gelingt, die Assoziierung und den Zugang zu diesen Forschungskrients sicherzustellen, dann ist es mittelfristig sicher so, dass wir eine Abwanderung von Talenten befürchten müssen. Aber ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, weil ich nicht ganz verstanden habe, was Herr Barmelay gemeint hat, als er von Sondierungen gesprochen hat. Wie muss ich mir das vorstellen? Hat jetzt der Bundesrat intern eine Diskussion stattfinden lassen, hat es eine Diskussion gegeben, wo im Bundesrat der Standpunkt geklärt wurde zu den verschiedenen offenen Punkten, was weiß ich, dynamische Rechtsübernahme, Streitbeilegung, Unionsbürgerrichtlinie, oder hat der Bundesrat einfach prozessuale Vorschläge an die EU gesendet oder intern sich auf prozessuale Vorschläge geeinigt? Es ist nicht ganz klar, was gemeint ist mit Sondierung. Wer hat da sondiert, mit wem und an wen wurde etwas geschickt? Das sind Sondierungsgespräche zwischen der Schweiz und der EU. Der Bundesrat hat seine Position festgelegt. Er hat entschieden, so haben wir ein Paket und jetzt mit diesem Paket muss man sehen, mit EU-Kommission hat man hier eine Basis, wo sehen Sie noch Probleme, in welchen Bereichen kann man diese Probleme vielleicht lösen. Das ist immer so, wie wir das machen. Und sobald wir vielleicht eine Lösung gefunden haben und gesagt haben, ja hier ist eine Möglichkeit, das zu deblockieren, dann kommen immer Diskussionen, das sind nachher die Verhandlungen, es müssen die zwei außenpolitischen Kommissionen und müssen konsultiert sein, die Kantone. Dann ist eine andere Phase. Das ist nicht mehr. Natürlich, nach der Sondierung und Gespräche mit der EU, es kann sein, dass es zurückkommt und sagt, ja, es bleibt immer eine Blockade. Das hoffe ich nicht. Aber jetzt, das ist absolut nötig, diese Phase, wichtige Phase zu machen. Es bleibt noch Ende April, dann wahrscheinlich während der UEF ist ein Treffen mit unserem Bundespräsidenten und Herrn Sefcovic. Das ist so, dass man macht. Aber die Position, Paket des Bundesrats ist entschieden. Und diese Vorschläge, die sind, die Vorschläge, die der Bundesrat jetzt nach Brüssel gesendet hat, die sind, sozusagen im Verhandlungsprozess, aber noch nicht öffentlich. Sie analysieren, dass die EU, natürlich, wenn sie verhandeln, es braucht ein bisschen Diskretion, sonst haben sie sofort verloren. Ja, ja, nein, ich wollte es nur wissen. die Karten nicht so offen auf den Tisch legen. Eine sehr interessante, relevante Frage. Wir haben eben auch eine Abstimmung dazu gemacht. Weshalb? Also ein Mini-Referendum hier bezüglich des Referendums. Warum hat der Bundesrat den Rahmenvertrag damals dem Volk nicht zur Abstimmung vorgelegt? Also weder dem Parlament noch dem Volk. Aber hier geht es ums Volk. Wir haben das lange erklärt zu den verschiedenen Kommissionen. Das war eine grundsätzliche Analyse. Ich will nicht, dass wir wiederholen. Und die Diskussionen im Bundesrat sind vertraulich. Eben, ich glaube, es waren 71 Prozent, hätten dafür gestimmt. Nun ist das wahrscheinlich nicht der repräsentativste Querschnitt der Schweizer Gesellschaft. Was haben Sie denn gelernt aus, ich meine, in den letzten elf Monaten hat man sich wahrscheinlich sehr viele Gedanken gemacht, was hätte anders laufen können. Was würden Sie beim nächsten Mal besser machen, anders machen? Ich meine, würde man früher Kantone, Sozialpartner mit einbeziehen? Ja, das ist schwierig, die Geschichte wieder zu machen, aber vielleicht, weil das ist nur eine persönliche Meinung, hätten wir viel früher, zwei, drei Jahre früher, Klartext, hätten wir Klartext gesprochen mit der EU früher. Ich hatte den Eindruck, dass wir, also keine Kritik, das ist eine, wie sagt man, eine Sensation, dass die EU zu lange geglaubt hat, das will gehen, das will gehen, etc. Ich weiß nicht, wie man mit ihnen diskutiert, ich weiß nicht verantwortlich für das Dossier, aber vielleicht hätten wir früher Klartext mit EU sprechen müssen. Das, denke ich, haben wir gemeinsam im Bundesrat, das sind immer gemeinsame Entscheidungen, vielleicht unterschätzt oder ein Irrtum gemacht haben, aber jetzt, das ist so, die Situation ist so, der Bundesrat hat grundsätzlich lange konsultiert, analysiert und jetzt muss man nach vorne gehen und versuchen, Lösungen zu finden. Es hat wertvolle Zeit gekostet. Ich habe letztlich mit Vertretern der Pharmabranche in Basel gesprochen. Dass die besorgt sind, ist wahrscheinlich eine Untertreibung. Irgendwo besteht auch Schockstarre. Auf der anderen Seite, die Exporte florieren. Mehr als 100 Milliarden Euro wurden exportiert von der Pharmabranche im vergangenen Jahr. Doch keiner ist natürlich in Feierstimmung. Man erwartet pragmatische Schritte vom Bundesrat. Was können Sie ganz konkret da liefern? Denn eine Branche ist schon sehr hart getroffen, die Medtech-Branche. Was können Sie da liefern? Was können Sie versprechen? Ja, eine gute Politik macht kein Versprechen. Aber ich kann Ihnen sagen, wir arbeiten stark, um Lösungen zu finden. Wir waren immer im Kontakt mit der Branche. Ich weiß, dass für gewisse Unternehmen die Situation sehr schwierig war. Aber ich muss auch klar sagen, wir haben den Job gemacht, sodass die Reglementation das Gleiche wie die EU, die Äquivalenz da ist. Die EU hat klar gesagt, das wollen wir so lange, dass wir keine globale Lösungen gefunden haben, das wollen wir nicht machen. Was passiert, das kostet, das kostet viel, administrative Kosten für die EU, für uns, für die Schweizer Wirtschaft. Und dieses Geld wäre viel besser investiert in Forschung und Innovation und auch für andere Sachen. Das ist nur eine Feststellung und keine Kritik. Sie haben gerade gesagt, ein guter Politiker macht keine Versprechen. Können Sie eine Indikation abgeben? Ich habe eine Frage hier, bis rechtssicheren Binnenmarktzugang mit der EU verhandelt haben, 2024 oder später. Nein, wir können das nicht sagen. Wenn Sie heute sehen, die Instabilität, die internationale Situation, die Schweiz, aber EU auch, haben riesige Probleme zu lösen. Wir wollen, weil wir sind Mittel in Europa, wir wollen so schnell wie möglich wieder eine Stabilität, vielleicht nicht eine Harmonie, aber etwas ruhig bleiben mit der EU. Das ist wichtig für Europa als Kontinent und für die Forschung, die Innovation, nur diese zwei Teile, das ist wichtig, dass wir zusammen arbeiten, mit Großbritannien auch, weil was passiert, wenn wir uns nicht eignen können. Der britische Minister war ein Monat oder ein Monat vorher hat mir gesagt, wir suchen Lösungen, wir warten, aber wir suchen Alternativen. Er hat mir gesagt, mein erster Stopp ist in der Schweiz, nachher hat er mir gesagt, ich gehe in Vereinigte Städte, Israel, Südkorea, Singapur, um Alternative zu suchen. Das wäre für Europa als Kontinent ein Schaden, eine Schwäche, wir schwächern uns zusammen, aber man muss, noch einmal, das ist die Politik, man muss arbeiten, man muss diskutieren, man muss versuchen, das zu deblockieren, das ist im Interesse der Europa und jetzt mit diesem Krieg noch mehr, noch mehr. In Deutschland, meinem Heimatland, ist neuerdings das Wirtschafts- und das Energieministerium zusammengelegt worden. und wenn man so liest, was Ihre Kollegen im Bundesrat dazu sagen, würde auch Ihnen da die Verantwortung irgendwo überlassen. Sehen Sie sich ähnlich wie Herr Habeck da auch in der Verantwortung? Auf einmal haben Sie zwei Departements unter sich und Sie wissen, bis 2026 müssen wir ein Abkommen bezüglich Strom haben, sonst fällt die Lieferkapazität, stehen Sie da unter Druck? Ja, wir sind alle unter Druck, wir sind abhängig von mehreren Sachen, Energie, Gas und so weiter, wir suchen Alternativen, wir arbeiten, wir haben auch Abstimmungen gehabt, wir haben eine Strategie, wir müssen das umsetzen oder adaptieren, das ist auch eine Möglichkeit, wir arbeiten eng mit Kollegin Somaruga, Sie bei uns nicht, aber wir nicht das ist nicht deutlich, aber man muss vom Silo denken raus und transversale auch arbeiten, ich nehme nur ein Beispiel, wir haben drei verschiedene strategische Sachen im Energiebereich, Sie haben Hochspannung Netz, das ist Bundesamt für Energie, das ist Uwec, die Landesversorgung ist bei mir, das ist ein Teil und die kritische Infrastruktur sind im VBS, hier haben wir eine kleine Arbeitsgruppe gemacht, um zu sehen, wie man besser arbeiten kann, das ist möglich, es braucht Goodwill, es braucht Wille und es braucht ein bisschen, dass wir weg von unserem traditionellen Schema geben, und nachher, wenn einmal man entscheidet will, ja, muss man dieses Amt hier weg oder etwas neu organisieren, hat man die Möglichkeit, aber jetzt sind wir in einem Krisenmodus, muss man arbeiten, ich habe gerade letzte Woche im Bundesrat die Reorganisation des Bundeslands für Landes Versorgung gebracht, das ist dringlich, jetzt, aber noch zwei, drei, vier Jahre vorher, die Diskussion war, nütz noch diese Landesversorgung, muss man nicht das abschaffen oder etwas ganz anderes reorganisieren, heute niemand spricht davon, sie sind, ja, ja, es ist nicht so schlecht, diese Pflichtlager zu haben, wie man das organisiert, aber es fehlt jetzt Kompetenz, es fehlt Arbeitskräfte, vorher, es waren 1989 nach Berlin-Mauer, es waren mehr als 50 Personen, dort jetzt sind nur 31 Personen, sind Leute, die krank sind, es war eine Untersuchung der Geschäftsprüfung Kommission, jetzt haben wir verschiedene Analyse gemacht, jetzt muss man arbeiten und das reorganisieren und so schnell wie möglich und das machen wir jetzt parallel mit der Krise. Herr Parmela, ich weiß, Sie sind ein sehr beschäftigter Mann, ich weiß, die Zeit rennt uns davon, eine letzte Frage und ich weiß, wir könnten alle wahrscheinlich noch Stunden hier weiterreden, das gibt natürlich der momentale politische Konflikt her oder politische Konflikte, eben war die Sprache, 10% der Energie der Schweiz kommt eigentlich aus Russland, bisher ist es noch nicht sanktioniert, 7% sind davon Gas, kann die Schweiz, wenn man sich dazu entschließt, wenn auch die EU den Schritt wagt, für die EU sind die Kosten noch vor allen Dingen für Deutschland sehr viel höher, kann die Schweiz ohne diese Energie auskommen, denn anscheinend sind Sie jetzt irgendwo der Superminister, habe ich rausgehört. Nein, natürlich, das ist eine schwierige Frage, weil wenn Sie von Gas sprechen, zum Beispiel, wir haben keinen Speicher in der Schweiz, das ist privat, wir haben kein Gesetz, kein Elcom Schweiz, kein Swiss Gritsch, wir haben Gasodüc, die hin und her kommen, noch einige Jahre vorher waren Diskussionen, ja, muss man vielleicht eine Planung, wenn ein Problem kommt, und dann hat er uns gesagt, ich war noch nicht im Departement, hat man gesagt, ja, das ist einfach, man muss nur, wenn ein Problem am Norden ist, ändert wir, und das kommt aus Süden, das ist, solche praktischen Probleme, das ist nicht so, was man macht, wenn ein Problem vom Norden kommt, wir haben auch, wir kaufen auch Gas, wir, das ist Privatwirtschaft, kauft auch Gas vom Norwegen und so, aber Transport, wenn ein Abbruch kommt vom Norden, dann haben wir sicher eine Kette Reaktion, und wir können nur versuchen, die Schäden zu limitieren, haben wir verschiedene kleine Maßnahmen, aber am Ende, wenn sie kein Gas mehr haben, dann haben sie ein Problem. aus volkswirtschaftlicher Sicht, wenn wir uns die Inflationsraten angucken, sie sind in einer Luxusposition, im Gegensatz zur EU, die sind bei siebeneinhalb, sie sind sehr viel tiefer, weniger als die Hälfte, im Moment sagt keine Rezession voraus, auch nicht im schlimmsten Fall, sollte man nicht jetzt diesen Schritt gehen, wo man es sich leisten kann, auf diese russische Energie zu verzichten? Wir haben eine Energiestrategie 2050, dann muss man diese Strategie implementieren, das machen wir, wir treffen verschiedene Maßnahmen, das Parlament arbeitet, das ist vom Vorderkommission, UREG-Kommission Ständerat jetzt, aber es braucht auch Zeit, das zu machen, aber natürlich so schnell wie möglich versuchen wir diese Abhängigkeit zu minimieren, zu minimieren, glücklich haben wir, wenn wir Strom, von Strom sprechen, Elektrizität, haben wir unsere Wasserkraftwerke, haben wir noch Kernkraftwerke, das ist auch wichtig, aber natürlich neue Energie, neue erneuerbare Energie zu entwickeln, das ist wichtig, das machen wir, aber es braucht Investition, es braucht Kapazität, es braucht Personal, es braucht Mittel, und jetzt haben wir in gewissen Bereichen, zum Beispiel bis acht, neun Monate Verspätung, weil überall in der Welt braucht man das, das war schon der Fall vor dem Krieg, es war wegen Covid-19, diese Lieferketten, diese Logistikprobleme waren schon da, aber das verbessert sich leider nicht. Herr Bundesrat, ich bedanke mich im Namen von allen, dass Sie die Fragen entgegengenommen haben und auch meine besten Dank. Danke. Sie können Platz nehmen, ja, das war es schon mit dem Wirtschaftspodium, bevor ich, Sie können natürlich schon gehen, aber ich möchte Ihnen ganz kurz noch sagen, der Veranstaltungskalender für dieses Jahr sieht spannend aus, am 1. Juni, Economics of Global Challenges, das ist das Thema der Webcast-Series, am 20. Juni geht es um Opinions, Good Economics for Hard Times, mit zwei Nobel Laureates, am 20. September dann, ja, natürlich sehr aktuell, Broader Implications of the Conflict with Russia und dann am 7. November wieder die große Konferenz, das große Forum for Economic Dialogue, es geht um Superstar Firms. Ich bedanke mich im Namen des UBS Centers für ihre Aufmerksamkeit, für ihr Kommen, für ihren Diskurs, genau das haben wir uns gewünscht und wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend, bleiben Sie gesund und bleiben Sie neugierig. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.